Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked-Magazin.de. Wir reden über ein potenzielles neues Prince of Persia Roguelike, über Ninja Theory und Deck 9 und es gibt unsere Eindrücke zu Dragon's Dogma 2, Player-Non-Player und World of Warcraft. Das alles und mehr jetzt bei Folge 466 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hooked FM. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist der Robin. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Robin, ich hoffe, du hast die letzte Woche gut überstanden. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Du warst busy, busy, busy und hast mit Gästen viel gepodcastet, was mich sehr gefreut hat, sowohl den André als auch den Dom bei OnTopic zu hören. Wie ist es dir denn ergangen? Ja, dank der hervorragenden Gäste ist es mir tatsächlich gut ergangen. Ich weiß nicht, ob Leute schon auf den einen der weirdesten Streams, die wir je gemacht haben, gestoßen sind. Ich habe da schon mal rauf reingeklickt und das war wirklich sehr weird. Es war sehr lange in ein Loch gefallen bin und an einem Textpfeil saß, aber das will ich weder in die eine noch in die andere Richtung dementieren oder bestätigen. Das könnt ihr dann auf Hooked Live sehen. Das hat aber rückblickend dann und auch im Moment trotzdem sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich bin aber auch sehr froh, dass du wieder da bist und wir wie gewohnt hier Qualität abliefern können. Aber du hattest ja ein wohlverdienter Urlaubswoche und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen erholen und ein bisschen entspannen außerhalb der geschäftigen Straßen von Berlin. Genau, ja. Also zumindest im ersten Wochenende, weil da war ich wirklich bei meiner Mazu-Besuch auf dem Land sozusagen. Da war es sehr entspannt. Danach war es wieder Berlin. Aber ja, es ist dieses typische Ding von wegen am Ende des Urlaubs, zumindest bei einer Woche bin ich dann an diesem Punkt angekommen, wo ich entspannt bin. Und dann zwei Tage später fängt die Arbeit wieder an. Also man muss sich eigentlich mehr Zeit nehmen. Haben wir uns schon vorgenommen. Nächstes Mal quasi verbiete ich dir, eine Woche zu nehmen. Da lege ich dir auf mindestens einen Monat. Genau, mindestens einen Monat. Ich bin da einfach direkt lange weg. Ich kann dir einfach mein Kinderzimmer hier anbieten. Kannst du gerne dann du einen Monat hin, wie ich das jetzt gerade mache. Das Ding ist aber parallel, eigentlich egal, wie lang der Urlaub ist, bestimmte Sachen vermisse ich dann trotzdem. Also wo ich dann, weil was irgendwie so inherent drin ist, im Wesen, ist, wenn ich irgendwas spiele, dieses Verlangen zu haben, dann auch drüber zu reden. Weißt du? Im Podcast in irgendeiner Form. Und das fehlt dann schon, je länger der Abstand dazu ist. Deswegen freue ich mich auch heute wieder, mit dir podcasten zu können. Das ist ein sehr gutes Zeichenturm, dass du gerade das nicht super verachtest, dass du hier vor dem Mikrofon sitzen musst. Nee, auf die Scheiße wieder. Nee, ganz und gar nicht. Wir hatten ja, du hattest ja letzte Woche auch schon darauf hingewiesen, ich mach's einfach nochmal. Wir haben für SupporterInnen bei Patreon und Steady ab 5 Euro eine Umfrage gestartet. Da haben auch schon ganz viele von euch mitgemacht. Wir möchten euch nur nochmal darauf hinweisen, falls ihr es irgendwie vergessen oder verpasst habt, dann könnt ihr das nach wie vor tun. Das ist eine anonyme Umfrage für die Leute, die uns unterstützen. Einfach um mal ein paar Sachen zu Formaten zu hinterfragen und ja, Erwartungshaltungen bei uns auch selber zu bestätigen oder da neue Erkenntnisse draus zu gewinnen. André hat ja letzte Woche schon gesagt, oh, ist aber gefährlich, was ich sehr lustig fand. Ja, wirklich, da spricht jemand aus Erfahrung. Interessant ist es trotzdem und da sind auch schon sehr interessante Sachen bei rumgekommen. Es gibt ja auch ein paar Stellen, wo ihr frei formulieren könnt, Kritik oder Feedback. Manche nutzen das aber auch für sehr lustige Kommentare. Robin, ich hab mir hier nochmal was rausgeschrieben. Einer hat zum Beispiel geschrieben, kommt eventuell von Lucy ein MGS5-Review, wenn Robin das nicht schafft, weil ja Lucy die Reihe gerade spielt. Also, ich kann euch auf jeden Fall bestätigen, Lucy hat Metal Gear Solid 5 mittlerweile mehr gespielt als ich. Sie hat, also... Oh, ich? Ja, obwohl, ich hab's ja zweieinhalb Mal durchgespielt. Nee, nicht mehr als ich, aber sie kommt sehr nah dran. Sie hatte so mehrere Stadien von so, jetzt hab ich's durchgespielt, jetzt fasst ich auch nicht nochmal an. Und dann hat sie alle Nebenmissionen gemacht, aber jetzt fasst sie's auch nicht mehr an. Und jetzt hat sie alle Extreme Missions gemacht, aber jetzt fasst sie's wirklich nicht mehr an. Und ich bin mir sehr sicher, sie wird jetzt noch diese ganzen Checkmarks in den einzelnen Missionen alle abarbeiten. Also, ich bekomme gerade, immer wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich auf mein Handy gucke, hab ich danach vier neue Metal Gear Solid Fan-Videos und Wiki-Einträge und Fun-Facts und Trivia-Fakten und Theorien von ihr in meiner Timeline. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so ein Metal Gear Solid-Pilt war. Und ich liebe es sehr. Niemand hätte damit rechnen können. Ich liebe mein Leben. Also, ich meine aber, Lucy kann das ja auch, ne? Fürs Studium oder so macht man ja quasi das Gleiche, nur in anderer Form, was wir machen, in Sachen Präsentation von irgendwelchen Themen. Nur muss man da wirklich wissen, worüber man redet. Und da wär's ja, also, es ist ja gar nicht so unrealistisch. Also, wie viel Crowdfunding-Geld ist nötig, um Lucy dazu zu kriegen, eine MGS5-Review zu machen? Ja, da müssen wir dann quasi, ne, in die Software-Development-Gehalt-Bereiche gehen. So einen richtigen Vortrag, so richtig, ich würde das auch so filmen, so schräg abgefilmt, schlechte Qualität, weißt du, wie in so einem, äh, Uni-Vortrag. Ich spreche mal gleich drauf an. Also, sie ist jetzt gerade tatsächlich original bei einem Uni-Vortrag. Ähm, äh, ich frag sie mal, wie sie, was sie davon gehalten hat. Lustigerweise auch über Metal Gear Solid 5, nein, Spaß. Ähm, aber dann frag ich sie mal, wie sie das fanden, ob sie Bock hätte, das für unsere SupporterInnen nochmal zu machen. Spart mir auch viel Arbeit. Also, ich profitiere nur. Äh, und ich hab ja, ich hab ja, ich glaub, ich hab ein Terabyte Metal Gear Solid 5-Footage noch auf einer Festplatte. Ähm, deshalb, äh, eigentlich, eigentlich gibt's keinen Grund, warum sie das nicht eben schnell machen könnte. Genau, dem steht auch eigentlich nichts im Weg. Äh, ein anderer Kommentar, den ich sehr mochte, war einfach nur, ich hab gestern zum ersten Mal ein Trebuchet im realen Leben gesehen und musste an euch denken, Herzchen. Oh nein! Also, tut mir leid, dass deine Stadt gefallen ist. Ähm, ich hoffe, du und deine Familie haben überlebt. Äh, das wär sehr schön. Also, wer auch immer diese Kommentare geschrieben hat, vielen lieben Dank, äh, dafür. Und falls ihr auch noch solche Kommentare schreiben wollt oder tatsächlich Feedback geben wollt zu irgendwelchen Formaten oder sowas, könnt ihr das tun, wenn ihr SupporterInn seid auf Patreon oder Steady. Äh, dann besucht einfach mal jeweils die Website von Patreon oder Steady oder die Apps. So, lass uns mal anfangen mit den News, die es letzte Woche gab, Robin. Jawohl. Denn da waren ein paar interessante Sachen dabei, unter anderem auch neue Spiele. Wir fangen mal an mit einem Gerücht, das sich vielleicht sogar schon in den kommenden Tagen bestätigen wird. Denn Insider Gaming, beziehungsweise Tom Henderson berichten davon, dass wir ein neues Prince of Persia bekommen. Und jetzt denkt ihr euch, aber wir haben doch gerade erst ein neues Prince of Persia bekommen. Wir hatten doch gerade erst das hervorragende The Lost Crown, das ihr bitte, bitte nicht vergessen sollt, liebe Leute da draußen. Das war wirklich ein mega gutes Metroidvania. Äh, das ist es sehr wert, gespielt zu werden. Und da hat ja schon Ubisoft gesagt, es kommen noch mehrere Post-Launch-DLCs. Einer ist, glaube ich, auch schon draußen. Äh, und ein Story-DLC soll sogar noch kommen, äh, Richtung Herbst und Winter. Da bin ich zumindest sehr interessiert dran. Aber das hier, dabei handelt es sich um ein Prince of Persia Roguelike, namens The Rogue Prince of Persia, das, äh, von Evil Empire entwickelt werden soll. Evil Empire ist eines der Studios, die verantwortlich waren für, äh, Dead Cells. Und Dead Cells kommt ja ursprünglich von Motion Twin. Motion Twin haben sich irgendwann gesplittet in, äh, noch ein Spin-Off-Studio, nämlich Evil Empire, die dann, äh, sich die maßt man das gerade, angekündigt bei der Triple-I-Initiative, bei dem Digital Showcase dieser Indie-Initiative, das schon übermorgen stattfindet, also am 10. April. Falls ihr diesen Podcast also ein bisschen später in der Woche erst hört, oder sehr viel später, dann könnt ihr vielleicht schon direkt mal gucken, oh, okay, gibt's das jetzt, gibt's da schon Bilder zu, dann wisst ihr direkt mehr als wir. Äh, das ist für Early Access auf Steam geplant, äh, noch 2024 soll das starten. Also, da werden wir dann eine Version spielen können, die halt dann noch nicht fertig ist, aber es wird dann schon spielbar sein. Und es sei wohl schon seit vier Jahren in Entwicklung. Also, das ist dann schon gefühlt ein etwas größeres Projekt. Und ich find, das klingt zumindest spannend. Äh, da würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Und ich finde lustig, diese Spekulation, beziehungsweise, es ist ja ein, ein Leak, äh, aber es ist trotzdem noch ein Gerücht, ähm, dass es dann auf dieser Triple-I, ähm, Konferenz kommt, oder Präsentation, weil wenn du auf die Website gehst, hast du jetzt sicherlich auch gesehen, der erste Satz, ähm, zu, von Evil Empire, wie sie sich beschreiben, ist, Evil Empire ist ein Triple-I-Development-Studio. Ähm, da gibt's einen gewissen Hinweis, dass es da vielleicht einen Zusammenhang geben könnte, ähm, und das find ich allgemein krass, weil da sagen sie auch, dass sie halt 70 MitarbeiterInnen sind, äh, die an insgesamt drei Projekten arbeiten, ähm, und das zeigt das sehr, was sie meinen mit Triple-I, weil 70 EntwicklerInnen waren vor einer Dekade, ähm, ähm, oder ein bisschen mehr, sagen wir mal 15 Jahren, durchaus Triple-A-Studios, die große Dinge machen konnten, ne, jetzt nicht Uncharted groß, aber immer, also mit 70 Leuten konntest du zur 360-Zeit noch, aber vor allen Dingen natürlich zur PS2-Zeit, gigantische, äh, Spiele bauen. Und, äh, da finde ich dann diesen Triple-I, hey, diese Beschreibung eigentlich ganz nett, weil das ist heute nicht mehr so richtig möglich, mit 70 Leuten jetzt ein, weiß ich, ähm, Dragon's Dogma, ein Skyrim oder ein, ein, ein Uncharted zu bauen, aber du kannst trotzdem was sehr anderes machen, als man vielleicht intuitiv sich bei Indie-Entwicklern vorstellt, ähm, und das find ich echt ziemlich spannend, also ich find generell diese Initiative sehr spannend, diesen Zusammenschluss unter diesem Banner von so vielen EntwicklerInnen, dass wir das ja in zwei Tagen dann sehen, was dabei rauskommt. Ich find aber auch dieses Projekt konkret echt spannend, Tom, obwohl das ja nicht unser Genre ist, ähm, ich mag das sehr zu sehen, dass, ähm, Ubisoft sich traut, mit dieser IP namens Prince of Persia Dinge zu probieren. Und das ist etwas, was sich für mich jetzt intuitiv gar nicht angeboten hätte, worauf ich selbst gar nicht gekommen wäre, das haben wir ja schon bei Lost Crown gesagt, ähm, aber wenn, ja, wenn sie halt sagen, okay, wir haben halt hier unsere Quadruple-A-Assassin's-Creed-Reihe und da haben wir im Grunde abgehakt, was wir da brauchen, wir brauchen keinen Prince of Persia, dass sie dann sagen, ja, okay, aber wir haben hier in kleineren, bei kleineren Projekten nicht so viel Futter, da könnten wir doch reinstechen, einfach ein bisschen experimentieren, das mag ich echt sehr, sehr gerne. Ich auch, ich auch. Ich finde, Lost Crown ist übrigens auch ein Beispiel dafür, wie, ja, wie schwer das manchmal einzuschätzen ist, wie viele Leute an so einem Spiel mitarbeiten, weil die Credits von The Lost Crown sind ewig lang, da haben hunderte Leute dran mitgearbeitet. Wie groß jetzt aber das Kernteam ist von The Lost Crown, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ja. Ähm, aber trotzdem sind da richtig viele Leute dran beteiligt gewesen, obwohl man jetzt denken würde, ah, okay, das ist ein kleineres Spiel und wird's ja auch sein, wird ja nicht so teuer sein wie in Assassin's Creed oder sowas, aber trotzdem, äh, sind da viele Leute beteiligt, aber ich muss ja auch zustimmen, dass ich mich freue, dass hier so ein bisschen experimentiert wird. Ich finde auch Roguelike und Prince of Persia passen ehrlich gesagt ganz gut zusammen. Dieses Prinzip von, äh, fallenbehafteten Dungeons, äh, und dieser Gefahr, der du dich aussetzt und dann auch sowas wie, weil ich könnte mir total vorstellen, dass das hier passiert, sowas wie der Sand der Zeit, der dafür verantwortlich ist, dass sich das jedes Mal ändert. Weißt du, das ergibt, finde ich, total viel Sinn. Also, weiß ich nicht, es schreibt sich zumindest storytechnisch von selbst, wie es dann gameplaytechnisch aussieht, keine Ahnung, vielleicht geht's ja dann in die Dead Sides-Richtung oder wird zumindest Elemente davon haben, äh, bin ich zumindest sehr interessiert dran. Und Roguelike, ne, du sagtest ja gerade, ist jetzt vielleicht nicht unser Lieblingsgenre von allen, äh, aber es gibt ja durchaus welche, die auch wir beide mögen, sei es jetzt sowas wie Hades oder einen, äh, Rogue Legacy oder, ähm, was hatte ich im letzten Jahr dieses mit dem Space-FTL-artige, wo mir jetzt tatsächlich der Name entfallen ist. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Ähm, aber das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ja, also, das ist immer wieder mal möglich und bei Prince of Persia ist zumindest die Einstiegshürde dann direkt sehr gering. Da bin ich sehr gespannt drauf, Romil, bin sehr froh, dass wir das noch diese Woche erfahren werden. Voraussichtlich. Ja, und dann ja, und dann ja wahrscheinlich auch schon ganz bald spielen können, wenn die Gerüchte stimmen in der Early-Access-Version. Ja, ja, genau. Weil du ja sagst, es ist auch schon seit so langer Zeit in Entwicklung, es kommt von einem extremen, ähm, also von einem, ja, ja, genau, es kommt von einem Entwicklerteam, was halt wirklich viel Erfahrung in dem Genre hat und was ja ein Spiel gemacht hat, was extrem gefeiert ist, auch wenn uns beide das jetzt nicht so wahnsinnig leidenschaftlich gepackt hat. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, also wirklich cooles Ding, hoffentlich, und ich freue mich drauf, mehr zu sehen. Das ist auch das, was ich am ehesten so im Kopf habe noch, so dieses, ich finde halt, der zählt jetzt nicht so geil wie viele andere, weißt du, es war so, es habe doch schon, also, habe schon erkannt, was gut an dem Spiel ist, aber es war dann einfach nicht so meins. Ja. Äh, ja, mal gucken. Wir haben direkt noch ein Spiel, das tatsächlich revealed wurde in der letzten Woche im Zuge der IGN First Preview, die ja ongoing ist, also da wird auch noch mehr, werden noch mehr Informationen, äh, zu rauskommen. Und dieses Spiel nennt sich Eternal Strands. Das ist insofern interessant, weil das von Yellow Brick Games kommt. Das ist eine, äh, ein Entwicklerstudio geleitet von Mike Laidlaw, der ist Creative Director gewesen von Dragon Age, von zuletzt Dragon Age Inquisition, hat seitdem kein weiteres Spiel mehr fertiggebracht, weil ja auch viel gecancelt wurde an Projekten und so. Also da ist viel einfach auch nicht zustande gekommen. Und jetzt arbeitet er hier dran mit seinem Team. Eternal Strands ist ein Spiel, das sich an Shadow of the Colossus so ein bisschen ranwagt, zumindest spielerisch, weil du hier gegen Riesen kämpfst. Also wir sehen im Trailer zum Beispiel irgendwelche Drachen oder schon so einen Giganten, bei dem auch es schon ein separates Gameplay-Video bei IGN gibt, wie man sieht, wie man dagegen kämpft. In einer etwas bunteren Optik, wo viele Leute sagen, das erinnert sich ein bisschen an Immortals, Phoenix Rising. Aber so könnt ihr es euch zumindest vorstellen, ne? Sehr farbenfroh, ähm, sehr, ja, comichaft in der Hinsicht. Aber spielerisch, finde ich, sieht das total spannend aus, weil du hast dieses Prinzip Prinzip von, ja, okay, da sind riesige Gegner, aber du bist jetzt nicht so, dass du da jetzt langsam hochkletterst, sondern du kannst dich hin und her teleportieren, du hast eine Telekinese-Fähigkeit, du hast so eine Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das Schaum oder Kristalle sind oder sowas, hat mich jedenfalls total an Prey erinnert, an diese eine Schaumpistole, die du da hattest, wo du einfach so, äh, Treppen oder Brücken mitbauen kannst oder die, äh, ja, so ein bisschen einfrieren kannst, die Gegner. Äh, und das sieht total cool aus, wie du da mit der Heldin, die Brynn heißt, äh, durch die Gegend dashst, äh, scheint da ein sehr, ja, systemisches Spiel sein zu wollen, weil sie auch schon davon reden, dass das Wetter zum Beispiel dynamisch ist und einen Kampfeinfluss hat, äh, je nachdem, ob es gerade regnet oder ob es eine Dürre gibt, wo dann Feuerfähigkeiten verstärkt werden vom Gegner und von dir, also es geht dann auch so hin und her, äh, klingt zumindest ganz spannend. Wie hat denn dir der Trailer gefallen, Robin? Also mich hat's natürlich vor allen Dingen, äh, zunächst mal an Iron Galaxies Extinction erinnert, dich an Shadow of the Colossus? An was? Ähm, das war, das hat Iron Galaxy, äh, vor, jetzt bereits wieder vielen Jahren rausgebracht, wo du einfach gegen so, ähm, was so Attack on Titan, das Spiel war, neben dem echten Attack on Titan Spiel und total eintönig und, äh, schlecht, äh, gereviewt und ich hab's dann mal eine halbe Stunde gespielt und dachte mir, well, okay, jetzt hab ich das auch gesehen. Ähm, das sieht dann schon deutlich, deutlich spannender aus, was wir hier sehen. Ich bin ein bisschen überrascht darüber, dass halt das das Spiel ist, was Mike Laidlaw macht, weil man natürlich eine gewisse Assoziation hat, ähm, mit, ähm, so großen Namen in der Entwicklerszene und bei Mike Laidlaw denke ich dann halt vor allen Dingen an, ähm, Worldbuilding, an Geschichten, an Figuren und das ist eigentlich in diesem Trailer gar kein Thema. Dieser Trailer ist total Gameplay-fokussiert, ne, und, ähm, wie du sagst, das ist themisch. Auch diese, genau, auch dieses erste IGN-First-Preview, wo die Entwickler drüber reden, ist Gameplay-fokussiert. Genau, und das find ich erstmal ein bisschen schade, muss ich gestehen, ähm, weil ich finde auch, dass Eternal Strants, ähm, in seiner Optik, obwohl es technisch sehr gut ist, mir gefällt halt der Arzt da nicht so sehr, weil ich das so austauschbar finde. Ähm, ich, ich fühl mich da so sehr an so viele Spiele erinnert. Ich persönlich, äh, assoziiere das immer sehr, ähm, mit dem Blizzard-Fantasy-Look. Wenn wir jetzt mal zu Warcraft gehen, ähm, oder auch zu Overwatch, äh, du hast deine Kingdoms, Kingdoms of Amalus dieser Welt, also es geht da in, da kann ich, glaub ich, ein Dutzend Spieler aufzählen, die alle ungefähr so aussehen, ähm, und, äh, da ist es ein bisschen unfair dem Spiel gegenüber, einfach nur, weil andere Spieler es auch machen, aber das wirkt so ein bisschen dann altbekannt, einfach in seinem Look, aber dann kann halt das Gameplay dagegenhalten, weil da würde ich dir halt komplett zustimmen. Ähm, man, man merkt dem, finde ich, durchaus so ein bisschen an, dass das jetzt nicht das Triple-Triple-A-Ding ist, ähm, an so einzelnen, ähm, Animationen, an einzelnen Reaktionen der Gegner. Ähm, es sieht aber jetzt aber auch nicht aus wie so wirkliche kleinere Indie-Produktion, ja, kleinere ist auch übertrieben, aber es gibt ja zahlreiche, ähm, Souls-Likes zum Beispiel, ähm, ich denke bei dem Grafik-Look dann zum Beispiel an das deutsche Stray Blade, äh, und da merkt man an mehreren Ecken zum Beispiel einfach am, dass das Budget jetzt nicht so hoch ist und ich finde Eternal Strength ist so ein Zwischenschritt zwischen Spielen dieser Art und den großen Triple-A-Spielen. Das finde ich eigentlich sehr cool, ähm, und, äh, bin da gespannt, weil, hey, gegen große Monster kämpfen, ähm, ist erstmal immer cool. Ist ja bei Videospielen dann sehr, 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 sehr häufig der Fall, dass große Monster zu bekämpfen heißt, äh, das ist quasi ein vorgegebenes Level, der hat seine ein, zwei Schwachpunkte und du musst quasi so einen größten Zeils geskripteten Kampf dann abspulen, ähm, und hier wirkt es ein bisschen dynamischer oder deutlich dynamischer sogar. Hier erscheinst du deutlich mehr selbst halt, ähm, ähm, ne, mit den verschiedenen Werkzeugen, die du gerade schon aufgezählt hast, ähm, gegen diese Monster kämpfen zu können, ähm, und das finde ich jetzt erstmal sehr spannend, weil das habe ich jetzt nicht so oft gesehen, ähm, da gibt's dann halt sowas wie Monster Hunter, ähm, aber hier hat man dann halt wirklich noch diese, ja, diese, diese verschiedenen magischen Werkzeuge. Das sieht spannend aus. Ich hoffe, das ist so cool, wie es, wie es in diesem Trailer verkauft wird. Ich habe halt gerade erst wieder bei Dragon's Dogma gemerkt, wie eigen das Gameplay von Dragon's Dogma insgesamt noch ist. Also es gibt jetzt nicht viel, das ich spielen kann, das mir einen ähnlichen Kick gibt, äh, gerade im Kampf gegen große Kreaturen. Und Monster Hunter ist schon eins der Beispiele, wo ich sagen würde, es geht in eine ähnliche Richtung. Kommt vom gleichen Entwicklerstudio. Natürlich von anderen Leuten innerhalb dessen, aber trotzdem. Ähm, und da jetzt noch eins zu kriegen, das nochmal so ein bisschen anders ist. Es wirkt halt so ein bisschen so, als ob du irgendwie den Thief spielst in Dragon's Dogma, weißt du, so eine sehr schnelle Klasse, so ein sehr schneller Nahkampf, aber dann auch noch mit diesen Teleportationsfähigkeiten. Das kann, glaube ich, richtig cool werden. Ich würde dir aber beim optischen total zustimmen. Ich finde das jetzt nicht hässlich oder sowas, also das finde ich ist gar nicht der Fall. Nee, ich auch nicht. Aber austauschbar ist zwar ein gemeines Wort, ich finde, aber es trifft in gewisser Weise hier zu. Also es ist jetzt nicht etwas, das dir sofort irgendwie im Gedächtnis bleibt aufgrund irgendeiner stilistischen Eigenschaft. Nichtsdestotrotz kann das natürlich richtig cool werden. Und wir haben noch kein Release oder sowas. Also vielleicht kommt das dann auch noch jetzt in den kommenden Wochen, wenn da ein bisschen mehr Informationen rauskommen. Aber ich glaube, wenn, dann hätten sie es schon gesagt. Es soll für Xbox, PC und PlayStation 5 aber erscheinen. Die Plattformen wissen wir schon. Und da müssen wir einfach mal abwarten, was noch kommt. Grundsätzlich aber cool, Eternal Strands ist halt, ich glaube, der Name trägt auch dazu bei, dass das so ein bisschen generisch wirkt. War alles irgendwie mit Eternal und ja, okay. Müssen wir mal gucken. So, Robin, die nächste Nachricht fand ich ein bisschen kurios. Und zwar geht's um Ninja Theory, die gerade relativ kurz, nee, sogar sehr kurz vor dem Release von Hellblade 2 stehen. Senua's Saga? Ja? Ja, richtig. Eigentlich ja so ein Senua's Saga Hellblade 2, was ich immer doof finde, aber na gut. So, und zwar gab's dann einen Preview-Artikel von Polygon, wo sie über das Spiel geredet haben. Und das Spiel hat ja generell, glaube ich, ziemlich positive Previews bekommen. Und da wurde festgestellt, dass der Tamim Antoniadis, der Creative Lead von diversen Projekten bei Ninja Theory und eigentlich auch Chef der Firma, dass der ja gar nicht dabei war. Und der hat ja ganz viel über Hellblade 1 gesprochen und am Anfang auch viel über Hellblade 2. Und da wurde dann mal gefragt, hey, wo ist er denn? Und die Xbox PR hat geantwortet, naja, er sei halt nicht länger bei der Firma. Und das wohl schon seit ein bisschen. Und dann gibt's aber einen Instagram von Tamim, auf dem zum einen ziemlich viele Party-Bilder aus aller Welt zu sehen sind. Ist ein wilder Instagram-Account. Ja, wirklich. Also wo er scheinbar The Time Office Live hat. Und nach diesem Polygon-Artikel hat er dort aber auch ein Statement dazu gemacht und hat gesagt, ja, er ist nicht mehr dort. Er wollte eigentlich schon nach Hellblade 1 raus, blieb dann aber wohl noch für zwei weitere Jahre, um das Fundament für Teil 2 zu etablieren. Er sagt nochmal, dass er sehr stolz und dankbar ist für sein Team und dass Ninja Theory in den besten Händen sich befindet und gibt dann nochmal einen Shoutout an Microsoft. Aber ja, finde ich irgendwie interessant, dass der, den man ja durchaus als so Gesicht des Studios identifiziert hat, oft auch für eher schlechtere Aussagen, wenn man gerade an DMC zurückdenkt. Ich bin großer Fan eigentlich von Ninja Theory's DMC. Ich mag das Spiel grundsätzlich sehr gern. Aber gerade im Nachhinein sind ja ein paar Sachen erschienen über den GDC-Talk, wie darüber mal geredet wurde, ne, von wegen Devil May Cry oder Dante soll nicht schwul sein. Unser Dante ist viel cooler als der schwule alte Dante. Und das ist so, what the fuck? Also da sind ganz, ganz viele problematische Sachen gesagt worden. Ähm, und ja, es ist interessant zu sehen, welche Wendung das jetzt genommen hat, weil es wirkt ein bisschen so, als ob er das Xbox-Geld genommen hat und gesagt hat, okay, tschüss. Das, das hoffe ich halt, ne, weil bei so einem, also was mich da an dem Aspekt noch verwirrt, ist, dass das halt so komplett still passiert ist und dass dann auch auf Nachfrage quasi nur gesagt wurde, ja, der ist halt offensichtlich nicht mehr da. Nächste Frage, bitte. Und das erscheint sehr seltsam. Da befürchte ich direkt, dass da irgendwas im Argen liegt, weil ich mir halt denken, weil ich denken würde, dass das, was du sagst, voll Sinn ergibt, dass halt dieses Studio verkauft wird und der Mann ist halt scheißreich und sagt dann halt, ja, ich mach jetzt, ich mach jetzt, äh, sehr cringy Bilder in der Wüste mit meinem Kopftuch drauf, äh, goodbye, see you, see you later, alligator. Ähm, und das sei ihm, sei ihm gegönnt, ähm, dann verwirrt es mich halt echt, dass das nicht in irgendeiner Art und Weise, ne, normalerweise gibt's dann irgendwie eine Danksagung auf der Website, er verlässt uns, wir danken für die Jahre der Arbeit, blablabla, äh, war ja auch der, der Gründer dieser Firma. Und nein, der war dann einfach weg und das erscheint tatsächlich ziemlich, ziemlich seltsam. Ähm, allein dessen will ich jetzt aber hier keine großen Spekulationen aufstellen und sag einfach, ähm, guckt auf diesen Instagram-Account. Ich finde das, also ich ganz persönlich finde diese Fotos alle, alle unglaublich peinlich, aber auf eine sehr unterhaltsame Art, weil halt, also, diese, diesen Post, den du gerade ja umschrieben hast, wo er sagt so, ja, hey, äh, es ist wahr, ich bin nicht mehr bei Ninja Theory, but I'll always be a Ninja, dem hat er halt wirklich, wie ich das gerade umschrieben habe, vier Bilder hinzugefügt, wo er mit so einem Vincent Raven, äh, Gedächtnis-Outfit, äh, durch die Wüste läuft und andächtig Richtung Horizont guckt und das ist halt das Geilste. Das ist halt wirklich so, als ob er gerade ein Intro für seinen The Next Uri Geller, ähm, Auftritt aufnimmt und, äh, da lebe ich halt für. Das ist super, super cringy, äh, finde ich aber super gut, äh, und ich hoffe, dabei bleibt's einfach. Ich hoffe, das war dann das Ende der Nachricht, ähm, weil daran kann ich mich sehr erfreuen. Also, wie ich das gesehen habe, gab's ja auch Kollegen, die ihnen da drunter gedankt haben. Also, ich hoffe einfach mal, dass da intern alles, alles okay ist und das jetzt vielleicht auch nur gemacht wurde, damit man nicht irgendeine negative Presse mit Hellblade 2 assoziiert, so von wegen, oh, der Creative Director ist weg, oh mein Gott. Ja. Äh, weil auf Hellblade 2 scheint das ja dann keinen Einfluss zu haben. Ja. Äh, keine Ahnung. Ich kann's mir gut vorstellen, dass das auch so alles klappt. Und wir sehen's ja bald. Hellblade 2 kommt ja wann raus? Im Mai? Äh, Anfang Mai. Ziemlich genauen Monat. Es ist der, nee, 21. Mai, also eher Ende Mai. 21. Mai. Also in anderthalb Monaten haben wir Hellblade 2. Ist auch eine komische Realität gerade. Ist, äh, seltsam. Hast du das, ähm, Instagram-Video gesehen, wo sie zu ihrem Valentinstag denken, ihre Penisse umherschwingen? Äh, nein. Was? Also, das ist auch bei, äh, seinem Instagram-Account, äh, von, äh, Tamim, äh, Antoniades. Dessen Instagram-Account ja übrigens auch heißt Super Ninja, äh, Tam, was ich auch sehr lustig finde. Ähm, und eines der neuesten Instagram-Postings ist halt, wie der einfach mit zwei anderen, äh, Männern da steht. Alle haben eine Rose in der Hand. Und wie sie thrusten einfach ihre Hüften zur Musik. Und du siehst legit die Penisse in der Hose rumdongeln. Und ich denk mir halt, alter Faller, was geht? Bist du nicht 50 Jahre alt? Chill, Mann, dein Leben. Aber auch nicht, weil es ist so extrem unterhaltsam. Und ich mag halt sehr dieses, was das mit meinem Hirn macht, wenn ich mir denke, das ist der Mann, der Hellblade gemacht hat. Und Hellblade 2. Das ist halt der Kontrast, ne? Hellblade ist ja ein insgesamt sehr in sich gekehrtes, erwachsenes Spiel, wo Konzepte angesprochen werden, die nicht so oft angesprochen werden. Aber davor halt DMC zu haben, wo ja dem immer vorgeworfen wird, das ist von einem 15-Jährigen geschrieben. Ja. Und da sehen wir den 15-Jährigen scheinbar also. Exakt. Das ist sehr, sehr gut gesagt. Das sieht extrem aus wie das, wie ein Instagram-Account, der von dem Vibe hinter DMC, äh, befüllt wird. Da hast du, da hast du völlig recht. V-I-B-E, nicht W-E-I-B. Ja. 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 Könnte man noch falsch verstehen. Ja. Okay. Stimmt. Dann. Boah, da musste ich gerade, da hast du dich gerade in eine völlig andere Welt gezogen, damit ich das verstehe. Ja, ne, V-I-B-E. Stimmt's. Das soll's dann dazu gewesen sein. Also, der ist dann nicht mehr bei Ninja 3. Für viele wahrscheinlich auch ein positives Ding, aber für ihn scheinbar auf jeden Fall das Positivste. Ähm, na gut. Wir kommen, äh, zu etwas deutlich weniger Erfreulichem. Und zwar gab es bei, ähm, bei IGN einen ausführlichen Artikel über Deck 9. Das sind die Leute, die Life is Strange True Colors gemacht haben, davor auch Before the Storm. Die Co-Entwickler waren bei The Expanse, äh, A Telltale Series. Dieser Artikel heißt, How Hidden Nazi Symbols Were the Tip of a Toxic Iceberg at Life is Strange Developer Deck 9. Also, ähm, da geht's um wirklich versteckte Nazi-Symbolik im Spielcode, die die Leute sehr verwirrt hat, wo, versucht wurde herauszufinden, wo die herkommen, ob das Zufälle sind, ob es da Zusammenhänge gibt. Aber auch über toxische, äh, Studio-Kultur. Und zwar in verschiedensten, äh, Ausführungen. Also, wo es wohl schwer gewesen sei, beziehungsweise als erstes soll ich sagen, der Artikel bezieht sich auf, äh, Interviews mit über ein Dutzend anonymer Quellen. Also, es ist wirklich mehrere Leute, die dafür interviewt wurden und die das dann bestätigen konnten, ähm, wo es darum geht, dass krass gecruncht wurde, dass, äh, toxisches Verhalten gefühlt oft unbestraft blieb von der HR-Abteilung. Äh, wie gesagt, diese Nazi-Symbolik, die sich im Spiel wiederfand, wo auch lange Zeit nichts gegen gemacht wurde. Äh, sexuelle Belästigung, Bullying, Transphobie, also es sind mehrere Sachen, die dort, äh, äh, eine Rolle gespielt haben. Und auch Dinge, die Square Enix jetzt nicht unbedingt im positivsten Licht, äh, darstellen. Zum Beispiel wird gesagt, dass wohl Square Enix nicht wollte, dass Life is Strange True Colors als das, äh, schwule Spiel, in Anführungszeichen, etabliert wird. Und die Bisexualität des Hauptcharakters, äh, durfte laut einem, äh, einem internen Presse, äh, Guideline, einer internen Presse-Guideline nicht groß erwähnt werden, weißt du. Und erst nachdem Previews rauskamen für das Spiel, die diese Darstellung der Diversität spezifisch lobten, da war es dann kein Problem. Also da war dann für Square Enix so, ja, okay, nee, ist bisexuell, ist ganz toll und groß und hier. Ähm, und wodurch dann steht im Artikel, die Devs das Gefühl hatten, ähm, äh, Square Enix hat so ein bisschen an das billigste Studio Life is Strange verkauft, weil auch die ganze Zeit strenge Deadlines herrschten, schmales Budget aber da war und sie bezeichnen Square Enix London hier spezifisch als Bullies in der Art und Weise, wie sie mit dem Studio umgegangen sind. Ähm, es wird ein Senior Programmer erwähnt, der jetzt nicht beim Namen genannt wird, der andere angeschrien und belästigt haben soll, wo lange nichts gemacht wurde, der dann schließlich aber doch entlassen wurde. Es hat nur einfach sehr lange gedauert und ganz spezifisch gibt's diverse Vorwürfe dem Narrative Director Zach Garris gegenüber. Der hat irgendwann von selbst das Studio verlassen, aber da gab's diverse Sachen, wo dem, äh, Annäherungsversuche vorgeworfen werden, MitarbeiterInnen gegenüber, ähm, die nicht das Gefühl hatten, Nein sagen zu können, wegen der Macht, äh, im Balance, die dort herrschte, Feedback, äh, das bei ihm nicht gut ankommen, wo dann Leute, äh, verwarnt wurden für, wenn sie auch nur irgendwelche Sachen angesprochen haben, zum Beispiel, dass recht früh im Spiel wohl Transmenschen aus dem Spiel entfernt wurden und das wurde hinterfragt und dafür wurde man dann verwarnt. Äh, der soll so Sachen gemacht haben, wie, äh, dass den Black Lives Matter Support auf Social Media verneint haben, weil er Black Lives Matter für eine Hate Group hielt, zumindest ist das der Vorwurf. Äh, und da sind noch diverse andere Sachen drin, die dann auch von HR wiederum nicht richtig wahrgenommen wurden, beziehungsweise es wurde nichts gemacht, aber Garris hat halt irgendwann freiwillig das Studio verlassen. Nach True Colors hatten sie dann ja, also True Colors war ein Erfolg, danach hatten sie aber diverse Story Pitches, die Schwierigkeiten machten und die Führungsebene des Studios von Deck Nine wollte dann Garris wieder zurückholen, äh, wo wohl dann ganz viele Leute, äh, Stunk gemacht haben im Studio, äh, und diverse, äh, AutorInnen auch gesagt haben, nee, wir sind jetzt weg und dann wurde sich doch nochmal umentschieden. Und trotzdem haben Leute dann wieder mit Garris zusammengearbeitet, weil der war dann da bei Telltale Games und dann haben sie halt an die Expanse zusammengearbeitet. Von ihm selbst gibt's aber auch eine Antwort da drauf und er sagt, er war halt für diverse Frauen zum Beispiel so eine Art Mentor, aber auch für diverse Männer, also es war nicht nur auf ein Geschlecht bezogen, laut ihm, äh, und er bezeichnet die ganze Beziehung, äh, auch als, äh, antagonistisch bezeichnet das Team als unflexibel, was Geschichten angeht, äh, und er hat sowohl den ... Also Deck Nine jetzt allgemein oder was meint er mit Team? Okay. Genau, die Leute, mit denen er da zusammengearbeitet hat, von denen jetzt ja anonym die, äh, Vorwürfe kommen. Äh, er hat wohl den Einfluss diverser Devs dort reduziert, woraufhin diese dann sehr toxisch wurden, äh, und ja, auch diese Sache mit BLM zum Beispiel, die weist er zurück. Er sagt, er kann sich nicht erinnern, dass irgendwas in dieser Richtung passiert ist, wodurch dann jetzt am Ende Aussage gegen Aussage steht. Äh, und Deck Nine war ja sowieso, also denen ging's dann sowieso nicht so gut, ne? 2023 sind dort Kündigungen passiert, sie haben Projekte verloren, dann gab's auch Kündigungen bei Telltale, wodurch dann die Kooperation, die sie eigentlich geplant hatten an The Wolf Among Us 2, auch weggefallen ist, also da sind Deck Nine dann auch nicht mehr, äh, dran beteiligt, weil sie sollten da eigentlich auch mit zusammenarbeiten. Und es gibt auch eine Deck Nine-Antwort, die dann eher so ein bisschen PR-mäßiger klingt, die könnt ihr euch alle selber durch, äh, lesen. Generell gibt's sehr, sehr, sehr viel mehr Details. Ich hab da jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, äh, in diesem Artikel bei IGN, den wir euch an der Stelle mal empfehlen können, falls ihr da mal reinlesen wollt. Dadurch, dass das von so vielen anonymen Quellen kommt, äh, ist da eine Glaubwürdigkeit durchaus gegeben, das sollte man also auf jeden Fall ernst nehmen, äh, und zeichnet ein sehr, ja, deprimierendes Bild von der Kultur bei Deck Nine. Wie oft ist einfach, ne, das ist ja etwas, wo oft, dass wir oft zurückkommen, ähm, und ich finde, diese Geschichte zeigt das auch wieder, wie, ähm, persönlich diese Geschichten oft sind, weil es halt so abhängig von einzelnen Persönlichkeiten ist. Ähm, es ist halt immer, immer ein Zusammenkommen von strukturellen Problemen und gewollten strukturellen Problemen, weil die Struktur halt absichtlich so gebaut wurde drumherum, dass halt nicht Mitarbeitende möglichst einfache Wege haben, um Vorgesetzten irgendwie Sachen vorzuwerfen und das dann untersucht wird, sondern es geht immer darum, dass die Firma möglichst gut vor den Mitarbeitenden geschützt wird, wenn man halt, ne, über HR oder halt Betriebs, äh, Dinge dementsprechend spricht, ähm, aber hier sieht man halt auch wieder, ähm, so die Probleme, die beschrieben werden, ähm, gehen halt nicht komplett, aber immer wieder auf diese eine Person zurück, die anscheinend ein extremes Maß an Verantwortung und Entscheidungskraft in sich bündelt, äh, und dann halt so für die gesamte Firma steht, wodurch dann wiederum, wenn man zu HR geht, diese Person als wichtiger, äh, so Zusammenhalt für diese ganze Firma geschützt wird, ähm, ähm, und ich finde, ganz, ganz oft laufen diese Geschichten darauf hinaus, dass du entweder eine Person hast oder auch irgendwie ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Personen hast, äh, die sehr viele Sachen in sich bündeln, die selbst vielleicht nicht dazu geeignet sind, mehr als eine Person anzuleiten oder wenn überhaupt eine Person, aber trotzdem sich in dieser Situation wiedergefunden haben und dadurch dann, äh, ja, endlose Spiralen entstehen und, ähm, das, was du so erzählst, erinnert mich auf diese Art und Weise sehr, sehr an, ähm, sehr viele andere, äh, Geschichten, äh, dieser Art aus der, aus der Industrie und dass es natürlich bei Deck Nine, einem Entwickler ist, der, ja, eine Erscheinung getreten ist, durch seine Arbeit bei Life is Strange, vorher ja unter einem anderen Namen formiert hat, ähm, dass das dann dort passiert, äh, wo man ja eigentlich dann denken muss, äh, ja, also ich glaube, die, die toxischen Teile dieser Industrie, dieser Community, die denken sich Deck Nine, muss dieses Studio sein, wo nur, weißt du, die Frauen mit den bunten Haaren arbeiten, die wir alle so, so hassen, die sich in diese Industrie eingeschlichen haben, ähm, und das, äh, merkt man ja auch halt immer wieder, dass man halt gar nicht von jetzt Geschichten, ähm, in Videospielen, äh, die da erzählt waren, auf Teams dahinter schließen kann und das ist hier, das zeigt es erneut. Da war ja auch, äh, der Gun Home Entwickler ein ganz gutes Beispiel dafür, wo du auch diese Probleme hattest mit dem Chef, der dann auch toxisches Verhalten an den Tag legte, was ja auch oft auf irgendwie fehlende Erfahrungen oder verschiedenste Dinge zurückzuführen ist, nicht immer nur da drauf, dass das jetzt per se schlechte Menschen sind oder sowas, also das muss gar nicht, muss das gar nicht immer heißen, ich muss da teilweise auch dran denken an die Psychonauts, ähm, Doku, äh, an die Psychodicy von Double Fine, wo es ja viel um Zach McLennan geht, der am Anfang halt einer der Chefs oder Leiter war von Psychonauts 2, wo dann das Team auch Probleme mit dem hatte und das einfach nicht funktioniert hat, dem ich jetzt auch nicht vorwürfen würde, irgendwie ein super schlechter Mensch zu sein von dem, was man dort gesehen hat, aber durchaus problematisches Verhalten an den Tag gelegt zu haben, ähm, und das kann halt auf verschiedenste Dinge zurückzuführen sein. Im Artikel sind halt noch viele Sachen drin, wo es auch wirklich um Storyentscheidungen geht, innerhalb von Life is Strange True Colors, um die immer gekämpft werden musste, um die progressiveren Varianten sozusagen davon, äh, also ja, du hast vollkommen recht, diese, die Tatsache, was das für ein Spiel am Ende ist, reflektiert halt nicht unbedingt die Studiokultur, es kann alles Mögliche dahinter stecken oder hinter den Kulissen passieren. Es klingt halt vor allem so, als wäre da sehr viel Frust vorhanden, dass, ähm, die Leute nicht ernst genommen wären, dass es auch schwer zu sein scheint, in irgendeiner Form aufzusteigen in der Firma, vor allem für Frauen, äh, und dass generell die Löhner niedrig sind, äh, ja, und jetzt noch natürlich die Ereignisse der letzten Jahre mit den Kündigungen und den wegfallenden Projekten, äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr frustrierend. Ja. Und ich bin mal interessiert daran, wie es mit Deck9 dann weitergeht. Wie gesagt, schaut mal bei IGN vorbei, äh, und schaut euch den Artikel mal an. Dann könnt ihr euch da ein eigenes Bild machen. So, wir haben noch eine Sache, die wir erwähnen wollen, bevor wir zu den Spielen kommen, und zwar ist das, das Video von Ross von Accursed Farms namens The Largest Campaign Ever to Stop Publishers Destroying Games, also die größte jemals, äh, vorhandene Kampagne, die Publisher daran aufhalten soll, Spiele zu zerstören. Äh, da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, da geht's spezifisch um The Crew, das hier aber nur als Beispiel dient, so eine Aktion zu starten, um Publisher dazu zu bringen, um rechtlichen, äh, Präzedenzfall zu schaffen, ähm, damit sowas wie The Crew nicht passieren kann, ne, damit ein Spiel nicht einfach irgendwann sagen kann, hier, die Server werden jetzt abgeschaltet, das Spiel ist nicht mehr spielbar, weil so ist es ja bei The Crew. Das ist einfach nicht mehr benutzbar, weil es komplett abhängig ist von Serverstrukturen. Und das gilt übrigens sogar für die, für die 360-Version, äh, witzigerweise, also es gibt keine Version von The Crew, die das nicht hat oder sowas. Und das passiert ja mit mehreren Spielen und ist schon passiert mit mehreren Spielen und der Ross von Accursed Farms ist da total frustriert drüber und die sind, das ist ja ein Frust, den wir sehr nachvollziehen können und hat da halt ne Aktion gestartet, äh, und ne Website namens StopKillingGames.com, wo in verschiedene Sprachen übersetzt Anweisungen stehen, wie man dagegen vorgehen kann und zwar dynamisch für das Land, in dem man sich befindet und gerade in der EU kann man dann schon ein bisschen was machen. In Deutschland gibt es dann halt Anleitungen dafür, wie man der Verbraucherzentrale schreiben kann, wie man Ubisoft schreiben kann, wie man an einer Petition teilnehmen kann, also diverse Dinge, die man da selber, wo man da selber tätig werden kann und dadurch, dass es nicht so viele, ja, Möglichkeiten gibt, wie ich sehe, abseits von solchen Aktionen, dass sich sowas auch mal tatsächlich ändern kann oder dass irgendwas passiert, ähm, halte ich das für sehr sinnvoll, das zumindest mal zu versuchen. Also ich verstehe total, dass er da so viel Energie reinsteckt und finde das auch total cool und hoffe, dass das irgendwo hinführt, äh, in irgendeiner Art und Weise, im besten Fall natürlich im Positiven, dass da gesagt wird, nee, das ist irgendwie gegen das Recht der Kunden, dass dort für ein Produkt, das mein Geld ausgegeben hat, gesagt wird, nee, ist jetzt halt weg, ist jetzt halt, ist jetzt halt kaputt. Und es geht auch nicht darum, dass, also Ross-spezifisch geht's jetzt nicht darum, dass die Spiele endlos supported werden, also dass jetzt endlos die Servers supported werden, sondern dass es halt irgendeine Form von End-of-Life-Plan gibt. Also zum Beispiel, ne, dass das Spiel gepatcht wird, damit man es auch offline in irgendeiner Form spielen kann. Ja, so das Argument ist ja im Kern so, dass der Support oftmals kein nötiger Teil des Spieles ist, der das Spiel in irgendeiner Art und Weise, ähm, nachhaltig verbessert, äh, wie, wie man das jetzt bei diversen MMOs ja argumentieren kann und, äh, auch argumentiert, aber, sondern dass halt der Support eine Ausrede ist, um halt ein Always-Online-Ding einzubauen, so dass du die Kontrolle hast und dann halt nebenbei als, als, ähm, so ein bisschen Nebenschauplatzes dann im Endeffekt irgendwann offline gehen muss, so wie es jetzt auch bei The Crew ist. Ich glaube, wenige Leute würden jetzt wirklich argumentieren, dass das Spiel, wenn es nicht mit dem Internet verbunden ist und du diverse Bestenlisten nicht hast, plötzlich essentiell an irgendwie Kern-Features fehlen würde, ja. Und es geht ja auch nicht darum, dass die volle Funktionsbreite dauerhaft gewährleistet wird, aber, ne, dass es halt in irgendeiner Form nutzbar ist, dass du halt das Spiel noch spielen kannst, äh, das sollte halt schon gewährleistet sein und es gibt keinen Grund, dass ich nicht die Singleplayer-Kampagne von The Crew spielen können soll, jetzt. Ganz genau. Ja, ganz genau. Und ich, äh, finde doch da besonders spannend, dass wir ja, das, äh, macht auch den Punkt, macht, äh, Ross auch in dem Video, dass, ähm, wir halt in Deutschland auch in einer besonders hilfreichen Position uns befinden für diese Kampagne, weil wir eben einen extrem mächtigen Verbraucherschutz haben, gemessen oder verglichen mit anderen Ländern. Ja, das weiß ich, ja. Ähm, genau. Und, äh, dass man da halt besonders, ähm, nützlich agieren kann, wenn man halt The Crew in irgendeiner seiner Bibliotheken hat, ähm, ne, das ist halt, ähm, jetzt nicht immer eine Voraussetzung, aber zumindest sehr hilfreich, wenn du selber tatsächlich dafür Geld irgendwann mal ausgegeben hast, weil es geht ja um den einzelnen Verbraucher, der in irgendeiner Art und Weise einen Nachteil, äh, bekommt, dem sein Kauf irgendwie entzogen wird. Ähm, das heißt, wenn ihr, ähm, The Crew mal gekauft habt, in einer der Bibliotheken habt, dann, äh, empfiehlt es sich, äh, nochmal extra auf dieses Video zu klicken, ähm, oder auf die Website zu gehen, äh, wie hieß sie nochmal, kannst du das nochmal sagen? Äh, stopkillinggames.com. Ja, und da ist dann auch auf Deutsch, also wenn ihr sagt, ihr seid in Deutschland, genau. Wird euch sehr, sehr detailliert, ähm, und sehr easy erklärt, was ihr machen könnt, weil, hier ist ein Muster, äh, Mail, die ihr reinkopieren könnt, mit diesen Infos, die ihr hinzufügen könnt, ähm, weil das ist die Idee, dass man halt durch Masse, ähm, die Aufmerksamkeit darauf lenkt, auch auf internationaler Ebene, aber wir sind halt in einer Position in Deutschland, wo wir auf nationaler Ebene auch, ähm, empfiehltig mit anderen Ländern besonders viele Möglichkeiten haben, da vielleicht was zu ändern. Und der stellt, finde ich, auch ganz schön da, wie undurchsichtig, das ist in dem Video, wie ran, woran man erkennt, wann ein Spiel in irgendeiner Form offline gehen würde, also er setzt so neben, mehrere Beispiele nebeneinander, die irgendeine Online-Features haben, auch mal eins, das jetzt keiner hat, dass man problemlos noch heute spielen kann, eins, bei dem es dann diesen Patch-Support gab, dass dann, ne, im Fall von Gran Turismo zum Beispiel, äh, dass man immer noch spielen kann, obwohl dieser Live-Service-Part endete und dann halt auch diverse, bei denen das nicht der Fall ist, die einfach nach einer bestimmten Anzahl an Jahren nicht mehr spielbar sind und du hast halt keine Chance, das zu wissen vorher. Ja. Äh, und das, also, ja, das ist halt blöd sind und ich bin auch der Meinung, das ist super kundenunfreundlich und gehört in die Vergangenheit und ist aber komplette Gegenwart und wird eher noch schlimmer. Äh, deswegen hoffe ich, dass da irgendeine Form von Erfolg mit erzielt werden kann. Deswegen schaut mal vorbei, stoppkillinggames.com oder auf dem YouTube-Channel Accursed Farms. Eine kleine Sache noch, die dazu ganz gut passt, ähm, was ich mal erwähnen wollte, ähm, es gibt ja einen kleinen, äh, Umbau auch bei Microsoft, ähm, dass da gerade diverse Executives ausgetauscht werden, ähm, und du hattest es vielleicht auch schon gesehen, eine kleine, äh, ja, eigentlich so ein Nebenschauplatz war, dass, äh, es da eine News gab, das ist, ich glaube, es war Sarah Bond, die wir auch schon mal in diversen Videos gesehen haben, jetzt tatsächlich offiziell, ähm, eine Teamleaderin ist für ein Team, das sich komplett darauf konzentriert, ähm, ähm, A, Vorwärtskompatibilität zu garantieren. Das bedeutet, dass halt, äh, garantiert wird, dass zukünftige neue Konsolen, ähm, die Spiele spielen können, die jetzt gerade erscheinen, äh, auf der anderen Seite aber, und ich finde, das ist dann das, ähm, extrem Interessante, das Team soll sich halt auf Game Preservation konzentrieren, also eben genau das, über das wir sprechen, äh, und etwas, was sehr, sehr alltäglich relevant ist, äh, in Zeiten, wo, äh, auch so ziemlich jedes Online-Koop-Game dann auch gebunden ist an seinen Online-Modus und gar nicht mehr spielbar ist, äh, alleine. Ähm, wirklich, ich guck da auch zu sowas, ne, ein aktuelles Beispiel ist ein Suicide Squad, jetzt mal unabhängig davon, wie sehr man das persönlich spielen will, das ist ein Spiel, was man, was im Standard, man alleine spielt und man kann dann quasi den Koop-Modus anmachen und spielt dann im Koop-Modus, aber aus irgendeinem Grund auch, wenn du alleine spielst, musst du mit dem Server verbunden sein, ähm, und, äh, ich glaube, da ist es dann sehr, sehr gut, dass es eine First-Party-Initiative gibt, ähm, die sich dann scheinbar, wir wissen noch nicht jetzt genau, was die Schritte sind und worauf genau das hinausläuft, aber die scheinbar, ähm, ja, dabei helfen wollen, dass diese Spiele auch in Zukunft erhalten bleiben, ähm, und, äh, ich hoffe, dass, ähm, also bei Nintendo habe ich keinerlei Hoffnung, die Leute, die, Nintendo wirft alle ihre Spiele nach zehn Jahren in den Müll, das wissen wir, da, da müssen wir mit leben, ähm, aber, äh, gerade wenn ich dann zu so einem Sony gucke, die eine große, ähm, Games-as-a-Service-Initiative, äh, also gestartet haben und gerade wieder dabei sind sie zu beenden gefühlt, ähm, da wäre es halt schon echt hilfreich und gut, ähm, wenn, äh, das in irgendeiner Art und Weise auch dort dann ankommt, haben sie ja mit Gran Turismo schon ganz gut gemacht, mit Sport, was ja spielbar blieb, auch über den, äh, Shutdown erhalten und das ist bei Microsoft für Spiele wie, äh, Sea of Thieves ja zum Beispiel auch total relevant. Ja, bei der Switch bin ich auch sehr interessiert, weil es erscheint mir, es ist dieser Fall von, naja, natürlich werden die Spiele rückwärts kompatibel sein, natürlich kann ich meine jetzigen Switch-Spiele auf der nächsten Switch spielen, aber das ist nicht garantiert. Also ich glaube, das ist, ich glaube, es ist, es wird so sein, aber es gibt irgendeinen Wrinkle, den wir noch gar nicht voraussehen können. Man kann die physischen Spiele nicht spielen oder so, weil die Cartridges nicht kompatibel sind, irgendwie sowas. Oder, oder du kannst sie einmal installieren und dann werden sie für immer aus deiner Download-Liste gelöscht, weißt du, das ist so das, was ich... Das ist nur die SD-Karte-Format. Das ist für mich so das, was Nintendo halt oft macht, dass sie schon was machen, was du denkst, was sie machen, aber sie finden irgendwas, wo ich nie drauf gekommen bin, und ich denke, what the fuck is this? Irgendwie so, das ist meine Befürchtung. Ja. Na gut, ja, aber durchaus richtig, das nochmal zu erwähnen, weil das passt sehr gut dazu. Dann sind wir durch mit den News für diese Woche und kommen jetzt zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Geht shoppen bei Amazon mit unserem Affiliate-Link, besucht außerdem unseren Merchandise-Shop bei GetShirts. Dort gibt's T-Shirts, Hoodies, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked oder Time-to-3-Logo oder auch Comic-Designs von uns ebenfalls vorbeischauen. Solltet ihr auf den YouTube-Kanälen verhuckt, unserem Let's-Play-Kanal Time-to-3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Zuletzt war etwa Robin live mit einem Stream voller spannender Steam-Spiele wie Peppergrinder und Player-Non-Player und er hat sogar sein neues Videoskript im Stream geschrieben irgendwie. Irgendwie, derweil laufen auf Time-to-3 neue Folgen von Atlantis 2 mit Leo, Robin und mir, während Mats und ich parallel noch Azed, The Jewel of Pheromore spielen. Beides sehr, sehr sehenswert. Exklusiv für SupporterInnen erschien zudem eine neue Ausgabe Hooked on Topic mit Robin und Dom, in der sie über ihre Steam-Wunschlisten quatschen. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.se und seddy.de.se möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, Robin. Und bei mir, ich muss leider nochmal drüber reden, es tut mir leid, es begleitet uns jetzt schon die letzten zwei Wochen, nämlich Dragon's Dogma 2. Ich habe Dragon's Dogma 2 in meinem Urlaub durchgespielt, habe dafür gar nicht so lang gebraucht wie jetzt viele andere, weil ich lese von vielen Leuten so, ich bin jetzt 100 Stunden drin und bin noch nicht am Ende. Und ich kann nicht so ganz sehen, wie ich jetzt noch viel mehr Zeit in dem Spiel hätte verbringen können, als meine 50 Stunden, die ich gebraucht habe. Also ich erkenne das sehr, weil ich glaube, ich bin auf der anderen Seite der Skala. Ich habe jetzt auch schon von vielen Leuten gelesen, die nach 50 Stunden fertig sind. Und ich bin ja nach 35 Stunden gerade in der Wüste angekommen. Und es wirkt so, als ob damit noch einiges vor mir steckt. Aber vielleicht sagst du mir jetzt auch, ja nee, in 15 Stunden habe ich die auch ungefähr gemacht, diesen Part. Naja, also Dragon's Dogma ist ein interessantes Spiel. Ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel in sehr vielen Aspekten. Und das, worüber wir ganz am Anfang geredet haben, diese Gefahr, die von der Welt ausgeht, und die Art und Weise, wie du durch die Welt geleitet wirst und wie sie designt ist, da ist immer noch viel, was mich begeistert. Und es gibt auch nicht viele Spiele, die sich so spielen wie Dragon's Dogma. Was ich zum Beispiel auch noch sehr gerne gemacht habe in meinem Spielverlauf, ist Vocations gewechselt. Ich habe ja sehr viel mit dem Zauberer gespielt, bin dann mal auf den Bogenschützen gewechselt, habe den auch auf Max Rank gespielt, habe dann den Magic Archer freigeschaltet, diesen magischen Bogenschützen, den jetzt nicht auf Max Rank gespielt, weil dann gab es schon wieder eine nächste Klasse, die ich freigeschaltet habe, wo ich nicht mal weiß, ob es die überhaupt im ersten Teil gab. Keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht sagen, was es ist, weil ich es vorher einfach nicht kannte und die Überraschung will ich jetzt niemanden versauen oder sonst irgendwie. Aber dann habe ich die noch eine Weile gespielt und hatte damit richtig viel Spaß. Also ich bin so hin und her geflippt. Ich habe auch mal den Trickster eine Weile gespielt, was eine super interessante Klasse ist, weil der macht so Nebel, der Nebel zieht die Aufmerksamkeit von Gegnern auf sich und er kann eine Kopie von sich selbst erschaffen und kann die durchs Schlachtfeld ziehen. Und diese Kopie nimmt dann diese Aufmerksamkeit der Gegner auf sich. Das ist so eine reine Support-Klasse. Der kann auch seine Pawns, seine Vassalen buffen auf verschiedenste Arten und mit dem zu spielen ist so komplett anders. Der kann auch so Illusionen erschaffen für die Gegner und im Optimalfall sind dann so Sachen dabei, wie dass du den Gegnern eine Plattform schaffst, auf die sie raufgehen, die ist aber nur eine Illusion, verschwindet dann und dann fallen sie irgendwo runter. Das tatsächlich umzusetzen im Spiel ist schwierig. Also das passierte mir eigentlich irgendwie nur einmal oder sowas. Und ansonsten bin ich eher immer an die Limitationen dieser Klasse gestoßen, weil es gibt auch manchmal Situationen, wo du vielleicht mal alleine gegen jemanden kämpfst oder vielleicht deine Pawns verlierst oder so. Und dann ist der halt total aufgeschmissen, diese Vocation. Deswegen weiß ich nicht. Wirkt ein bisschen gimmicky auf mich, aber vielleicht habe ich sie auch nicht 100 Prozent durchschaut. Das kann durchaus sein. Aber, Robin, mein Problem mit diesem Spiel ist, dass sich die Exploration, die Freude an der Exploration leider sehr aufbraucht, je weiter ich gespielt habe. Denn ich bin auch irgendwann in diesem Wüstenareal angekommen und wie ich dort angekommen bin, fand ich noch super cool, weil das war super gefährlich. Ich hatte mehrere Pawns verloren, war da ganz alleine, es wurde Nacht und überall sind Monster, weil ja wirklich, du kannst ja keine drei Schritte gehen in Dragon's Dogma, ohne angegriffen zu werden. Und es dauerte, bis ich dann die Stadt gefunden habe, habe mich gefreut, in die Stadt gefunden zu haben und dann gibt es dort kein Portkristall, kein standardmäßig, weißt du, sondern du musst einen mitnehmen. Hatte aber keinen. Also hatte ich keine Möglichkeit, hierhin wieder zurückzukehren, außer noch mal zu laufen, wenn ich mich wieder zurückteleportiere. Naja, und so war es dann halt auch. Aber, weiß ich nicht, so die Reise dorthin war halt total cool, weißt du, weil es war dieses Gefährliche, dieses Abenteuermäßige und dann habe ich was Neues entdeckt und ach. Und das hat sich dann immer weiter aufgebraucht, weil das Spiel Situationen auf immer die gleiche Art und Weise erschafft. Und du merkst, ah, okay, wenn jetzt hier ein Greif kommt und ich den platt mache, das nächste Mal, wenn ich hierhin zurückkehre, kommt da wieder ein Greif. Oder wenn hier so ein Ogre ist, der kommt halt immer wieder dort, weißt du? Also nichts ist so permanent in der Art und Weise. Und du hast diese sehr, sehr geringe Anzahl an Monstern, die dir begegnen, die dann vielleicht noch mal ihren Skin so ein bisschen wechseln. Also dann gibt es einen Zyklop, der hat dann halt Rüstung an oder sowas. Oder dann gibt es Happien, die sehen ein bisschen anders aus. Oder diese Fisch-Kreaturen, diese Echsen-Kreaturen, die dann halt auch in sechs verschiedenen Farben oder so im Spiel existieren. Und das wird ein bisschen ermüdend, weil es ja so ist, dass du die meiste Zeit des Spiels auch versuchst, dich nicht so viel zu teleportieren, weil das ja eine limitierte Ressource ist. Das heißt, du gehst viele Wege doppelt und dreifach. Und irgendwann wird aus diesem Gefährlichen etwas, das, finde ich, eher in Richtung anstrengend und abgespult und Arbeit geht. Weil auch die Kämpfe zunehmend anspruchsloser wurden. Weil du hast so ein gutes Machtgefühl in Drang's Dogma. Und das ist toll. Aber es führt dazu, dass wirklich ... Also, das Spiel ist sehr leicht. Also auch am Ende hin. Die letzten Bosse, die ich gemacht habe, das sind große Kreaturen, die mir Angst machen sollen. Die waren halt gar kein Problem. Es ist dann so ein bisschen schade, weil dadurch bleiben diese Encounter auch nicht groß im Kopf, weißt du? Plus dann gibt es auch noch gewisse Boss-Wiederholungen, die ich ein bisschen lame fand. Auch wenn das Spiel am Ende noch mal richtig, richtig reinhaut in der Art und Weise, was es tut und dir noch mal so Gefahr suggeriert, die dann da ist. Aber diese Gefahr habe ich nicht so richtig im Spielerischen gespürt. Und das hat mir dann ... Also, das hat die Spielerfahrung dann auf jeden Fall geschmälert. Es hat immer noch Spaß gemacht. Aber es wurde immer abgespulter, weißt du? Und deswegen kann ich nicht so ganz nachvollziehen, also aus meiner ganz persönlichen, subjektiven Wahrnehmung, wie ich jetzt noch mehr als 50 Stunden damit verbracht habe. Weil da hatte ich jetzt das Gefühl, okay, das hat sich schon lange angefühlt. Und jetzt das Doppelte dieser Zeit in dieser Spielwelt zu verbringen, wäre jetzt nicht so meins. Da würde ich lieber noch mal einen neuen Charakter anfangen, weißt du? Den neuen Charakter, das ist ja eigentlich aber auch ein bisschen redundant, weil du ja quasi nichts anders da eigentlich machst, oder? Weil du ja eigentlich alle Klassen jederzeit immer hast. Na, ich verpasse ja Sachen. Es gibt ja Sachen, die du verpassen kannst und Quests und so kamen. Also, da hättest du dann Möglichkeiten, den noch mal zu machen. Ich meine, es gibt auch ein New Game Plus, wo du das mit deinem alten Charakter machen kannst. Ah, okay. Das ist dann vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber ja, aber das ist so die andere Sache. Die Quests sind halt wirklich, also, meine Güte. Ich dachte ja schon am Anfang, dieses Ding, wo sie dich 20.000 Mal in der Stadt hin und her schicken, wo du ja nur rennst. Du rennst 20 Mal hin und her, um irgendeine Quest zu machen, storytechnisch. Das ist das eine. Die andere Questsünde, die sie machen, ist halt 20.000 Escort-Quests. Und dann noch so Späße wie, dieser Escort-Mensch läuft langsam und sagt dir ständig, wenn du zu weit läufst, kannst du mal ein bisschen langsamer machen. Und solange du diesen Abstand von dem NPC hast, der zu groß ist, sagt er dieses, kannst du mal ein bisschen langsamer machen, alle zehn Sekunden oder so was. Selbst wenn du in einem Kampf bist. Das heißt, das unterbricht deine Kampfaktion. Du musst den Dialog wegdrücken, um dann den Kampf weiterzumachen. Das ist wirklich katastrophal von der spielerischen Umsetzung her. Mal abgesehen davon, dass Escort-Quests sowieso total dämlich sind. Wie viele Story-NPCs auch noch mal zu dir kommen nach einer Weile und sagen, ja, hier, also du kriegst nicht mal einen Dialog, sondern es poppt so ein Zettel auf, so ein Text, wo drinsteht, ja, meine Zeit mit dir habe ich genossen. Jetzt will ich dich noch mal in Aktion sehen. Kannst du mich hier hinbringen? Und es ist halt einfach nur eine Escort-Quest mit einer Bla-Belohnung am Ende. Ja, die sind, glaube ich, auch prozedural generiert. Also nicht prozedural generiert, aber sie sind wiederholbar. Ja, so fühlen sie sich auf jeden Fall an. Ja, genau, die entstehen quasi, damit du deinen Social-Link, nenne ich es jetzt einfach mal, hochleveln kannst mit diesem Charakter. Ja, was ja auch eine Blödsinn-Mechanik ist. Es ist sehr seltsam reingepresst, würde ich dir auch zustimmen. Also ich bin noch nicht da so weit angekommen, wie du das bist. Ich muss sagen, wir waren ja, ich war ja von Anfang an so ein bisschen mehr auch auf der Seite, dass ich halt gesagt, auch das Gefühl hatte, mir fehlt hier ein bisschen die Challenge. So, das wirkt alles ein bisschen zu einfach. Vielleicht ändert sich das noch. Aber mein Erlebnis nach 35 Stunden ist ebenfalls, dass sich das nicht jetzt ändert. Wird einfach, ja. Ganz im Gegenteil eher, genau. Was ich mittlerweile schade finde, das habe ich auch im letzten Talk mit André, da sind noch nicht drauf eingegangen. Ich finde, vielleicht sind die Vocations ein bisschen zu gut versteckt, beziehungsweise zu spät angesammelt, weil ich habe halt zwei Extra-Klassen freigeschaltet, relativ bald, nachdem ich das Spiel gestartet habe. Einen stärkeren, einen anderen Kämpfer und einen anderen Zauberer. Die schaltest du einfach in der Hauptbahn. Das ist kein großer Spoiler. Das ist wirklich eine der ersten Sachen, die du eigentlich machst, wenn du in der Stadt ankommst. Und seitdem habe ich keine mehr gefunden. Keine Vocations mehr. Und habe jetzt irgendwie, glaube ich, ich habe vier Stück jetzt auf Level 6, einen auf Level, ich habe drei auf Level 6, einen auf Level 10 und habe auch durchaus noch Spaß, die zu machen. Aber ich schiele so auf den Magic Archer, den du halt ja schon beschrieben hast, von dem ich weiß, dass er im Spiel ist und den ich halt im ersten Teil geliebt habe. Und denke mir, eigentlich hätte ich den Magic Archer jetzt auch schon gern ein bisschen gespielt nach 35 Stunden. Und das ging jetzt halt so weit, ich habe mir nicht angeguckt, wo der ist, aber ich habe mir versucht, so einen Tipp geben zu lassen. Dass ich halt irgendwie weiß, habe ich den verpasst? Muss ich irgendwas machen? Weil ich will den jetzt einfach gerne spielen. Die anderen fixen mich gerade nicht so an, die ich hier noch zur Auswahl habe. Und deswegen weiß ich jetzt so, ja, renn mal in diese Richtung auf der Map und dann such mal da, so nach dem Motto. Sodass ich jetzt da so ein grobes Ziel habe. Und ich weiß ja auch noch von zahlreichen anderen Vocations, dass es die gibt, aber habe gerade sehr wenig, woran ich mich halten kann im Spiel, um die zu finden. Ich muss so ein bisschen darauf hoffen einfach, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass ich diese 35 Stunden habe, weil ich sehr ausführlich erkundet habe. Ich habe diese erste Map, diesen ersten Teil der Map, habe ich fast vollständig aufgelegt und offengelegt und habe, immer wenn ich Höhlen irgendwie gefunden habe, mir das markiert und Bühne zurückgerannt und habe die erkundet. Also, ich habe jetzt nicht viel noch in diesem ersten Gebiet, wo ich jetzt wüsste, da habe ich irgendwie noch nicht erkundet. Und da bin ich so ein bisschen hin- und hergerissen, weil ich das ja toll finde, auch so grundsätzliche spielmechanische Sachen zu verstecken, dass du die halt finden kannst dynamisch und das ist ein super geiles Gefühl. Ich habe vielleicht einfach ein bisschen Pech gehabt. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist da bei mir so ein bisschen die Balance gerade out of whack, dass ich ein bisschen zu wenig die Klasse spielen kann. Das kann ich gut nachvollziehen, weil mein Ding war auch, ich will eigentlich nichts nachgucken, weißt du? Ich will eigentlich natürlich auf die Sachen stoßen und wenn ich was verpasse, ist es nicht so schlimm. Aber bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich auch mal eine weitere Vocation gefunden habe, außerhalb von Krieger und Zauberer. Und die war dann halt random in einem Haus, in einem Dorf einfach ein Typ. Ja, den habe ich auch, fällt mir gerade ein. Achso, den hast du auch gefunden. Den habe ich gerade aus irgendeinem Grund vergessen. Den, da habe ich auch viel Freude dran gehabt. Also da habe ich mich sehr gefreut und habe den auch auf Level 10, glaube ich, das ist, glaube ich, mein Level 10 Ding. Genau. Da hatte ich viel Freude dran. Ist halt super random, ne? Also wenn du da nicht bist, dann hast du die halt nicht. Und so ist das mit den anderen Vocations eigentlich auch. Die sind so, es gab eine, da gab es zumindest einen Quest-Hinweis, deutlich später. Ich war schon vorher einmal dort und habe die Vocation freigeschaltet, einfach aus durch Erkundung. Aber es ist halt glücksabhängig dann durchaus. Und es gibt ja nicht so viele Sachen in dem Spiel, die jetzt dich an die Hand nehmen. Also gibt es eigentlich fast gar nicht. Und das ist positiv wie negativ. Das kann dann halt auch dazu führen, dass du eben Sachen verpasst, die vielleicht spielerisch ein bisschen integraler sind. Und die Vocations sind halt spieldefinierend. Ja, definitiv. Kann ja dein Spielgefühl komplett ändern. Was ich halt trotz aller Kritik richtig cool finde, ist, was sie mit der Welt machen. Also, weil das Spiel hat grundsätzlich ein ziemlich, ja, nicht vorhandenes oder sehr langweiliges Storytelling. Die Art und Weise, wie NPCs mit dir reden, wie deren Beziehungen zueinander sind, das ist alles nix. Funktioniert, finde ich, nicht so gut. Bis auf einen NPC, so ein alter Typ in einem Hafendorf, den fand ich hervorragend, weil der so in Rätseln spricht und ganz offensichtlich ein bisschen mehr weiß über die Welt, als ihm zugewiesen wird. Also, solche kleineren Highlights gibt's dann mal. Aber trotzdem passieren sehr interessante Sachen in der Welt. Und die Art und Weise, was dort erzählt wird und die Geschichte dieser Welt, fand ich dann schon noch interessant. Also, da hat's mich dann schon ein bisschen gehuckt. Aber dadurch, dass das so clashed mit der Erzählweise, kommt da auch nie so ein richtig großes Ganzes bei rum. Also, es wirkt so ein bisschen, es ist komisch. Das Spiel wirkt an manchen Stellen extrem overcooked, weil zu viele Mechaniken drin sind, wie diese NPC-Beziehungen, die so strange sind. Und dann aber auch underguckt, weil zum Beispiel die Gegnervielfalt so gering ist, die Erzählweise ist so merkwürdig. Und da fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Das fällt mir aber schwer zu beschreiben. Aber ich glaube, es wäre jetzt kein Beinbruch gewesen, ein bisschen besseres Quest-Design zu haben. Also, weil Set-Pieces gibt's ja im Spiel. Aber wie du dann da hinkommst und was da so drumherum passiert, ist halt oft totaler Murks. Und das ist ein bisschen schade. Ja, also, ich empfinde das nie als total Murks, weil ich das Writing auf der Charakterebene gut genug finde. Das liegt doch einfach daran, ich bin halt Fans dieses Schreibstils, dieses Altenglischen gepaart mit Fantasy-Elementen. Das mag ich immer sehr, sehr gerne. Ich finde, die Übersetzung ist echt ziemlich stark. Aber ändert natürlich alles wenig daran, dass da wenig passiert. Und dass das halt wenig inszeniert ist. Ich freu mich immer, wenn ich eine Cutscene sehe, weil ich mir denke, boah, sieht die gut aus. Oh, immer wenn eine Cutscene losgeht und du dann die Charaktermodelle in den Cutscenen siehst, dann denk ich mir so, oh, boah, toll, toll, grafisch. Das stimmt schon. Aber es gibt's halt super selten. Aber es macht's ja fast nie. Genau. Also, ich hatte jetzt gerade erst die Quest, wo ich halt eine Königin treffe. Eine Königin. Eine der zwei wichtigsten, es gibt zwei Königreiche, es gibt einen König und eine Königin. Relativ wichtige Figuren in dieser Welt. Und ich treffe die halt das erste Mal einfach in so einem Random-RPG-Talk. Und das hast du ja auch umschrieben. Das ist halt die am schlechtesten präsentierten RPG-Gespräche, die ich je gesehen habe, glaube ich. Also, sie schaffen es halt, Bethesda zu unterbieten. Weil sie die Kamera ganz seltsam diagonal vor den Charakter packen, mit dem du sprichst. Sodass er aber nicht in die Kamera guckt, sondern zu deinem Charakter, den du aber selbst nicht sehen kannst, weil er hinter der Kamera ist und die Kamera nicht immer so weit drehen kannst. Und das wirkt immer wie ein Versehen. Also, wo die Kamera steht, wirkt nie absichtlich inszeniert, sondern als ob irgendwie der Kameramann die Kamera irgendwo fallen gelassen hat. Und jetzt ist sie zufällig da liegen geblieben. Und auf diese Art wird dann halt auch diese Königin das erste Mal, spreche ich mit ihr. Und die Kamera fängt sich einfach so, hier, 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 ich sehe es, I guess. Und das ist schon extrem, extrem seltsam. Und das hilft bei mir auch bei dem Eindruck, dass nach den 35 Stunden, ich habe ja, wie gesagt, noch einiges vor mir, aber es ist nicht diese vollständige Erfüllung der von Dragon's Dogma erweckten Träume. Das ist ja so das, was dieses Spiel eigentlich versprochen hat. So, alles, was wir gestartet haben in Dragon's Dogma und schon super gut begonnen haben in Dragon's Dogma, weshalb es dieser Kulthit wurde, das führen wir zu Ende, zur logischen Konsequenz mit Dragon's Dogma 2. Und das wird halt all das, was wir in Dragon's Dogma 1 nicht realisieren konnten. Und in vielerlei Hinsicht wirkt es einfach wie eine Wiederholung von Dragon's Dogma 1 und nicht wie dieser Schritt nach vorne. Nicht wie, ah, jetzt ist es enden. Hier, zehn Jahre später, dieses Unglaubliche, dieses Einlösen dieses Versprechens, das damals nicht möglich war, sondern es ist in vielerlei Hinsicht ein Spiel, was ähnliche Probleme hat und ähnliche Stärken hat wie der erste Teil und eines, was mir sehr, sehr viel Freude macht, aber eines, wo ich auch sage, an einigen Punkten kann es die Erwartungen, die ich da reingesetzt hatte, nicht ganz erfüllen. Ja, ich glaube, so geht es einigen Leuten, die auch zum Beispiel so Sachen vermissen, die Dark Arisen hinzugefügt hat, die ich jetzt nicht bewerten kann, weil ich ja das erste Spiel nicht so weit gespielt habe. Ich glaube, bei den NPCs wollten sie halt auch dieses Systemische mit reinbringen, was sie auch immer gerne mal machen. Also es gibt Momente, wo du eine Quest hast, in der dir eine Situation vorgestellt wird und es wird halt nicht explizit gesagt, wie du die löst. Und manchmal ist die Lösung halt, nimm diesen NPC und trag ihn woanders hin. Weißt du, das ist dann cool, aber es ist halt auch hochgradig albern an vielen Stellen. Das weiß ich dann schon zu schätzen auf einer Ebene. Aber da musst du halt auch erst mal drauf kommen. Da sind es dann fast so Adventure-Rätsel, die manchmal vor dir stehen in diesen Quests. Und ich glaube, auf die Art habe ich auch schon Sachen verpasst, weil du kannst ... Es gab so mehrere Momente, wo ich so dachte, oh, hätte ich das jetzt auch anders machen können. Und dadurch, dass das Spiel ja immer speichert, hast du kaum eine Möglichkeit zu sagen, ich lade jetzt noch mal neu. Was manchmal auch schade ist, weil es entmutigt Experimentieren auch so ein bisschen. Weißt du, ich habe mich jetzt nicht so ... Ich würde eigentlich gerne mal jeden NPC durch die Gegend schmeißen oder diverse Sachen ausprobieren, habe mich das aber an vielen Stellen nicht getraut, weil ich wusste, okay, es wird halt so oft gespeichert. Das Ding ist, es ist schon so wie Dragon's Dogma 1. Ich glaube, es macht halt viele der Sachen, die dann gerne auch als Designfehler wahrgenommen werden, noch mal, aber verbessert ja durchaus. Also was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, wenn Leute sagen, es ist genau das Gleiche noch mal. Nee, das nicht. Weil dafür ist zum Beispiel die Welt, finde ich, insgesamt deutlich einladender und mehr durchdesignt. Die Art und Weise, wie Höhlen zum Beispiel wirklich zu neuen Arealen führen können und was da auch auf dich warten kann an Monsterbegegnungen oder Schätzen oder dergleichen, das von meiner Erfahrung mit Dragon's Dogma 1 und ich habe das Spiel ja auch mehrere Dutzend Stunden gespielt, ist das in Dragon's Dogma 2 deutlich besser. Und wie gesagt, es hat ja seine Kinnladen-Drop-Momente, also wo du wirklich so davor sitzt und dir denkst, oh holy shit, das ist mega cool gerade. Es wäre nur schöner, wenn alles so ein bisschen mehr zusammenkommt, wenn der Schwierigkeitsgrad ein bisschen besser funktionieren würde oder du vielleicht auch einfach mehr Optionen hättest, da Sachen einzustellen und das Quest-Design mehr da wäre und nicht so, weiß ich nicht, manchmal ist es ein bisschen eine Arbeitsverweigerung, was da von den Quest-Designern passiert ist, weil halt nur gesagt wird, ja, jetzt geh mal da hin. Es sind halt wahnsinnig viele Quests, die sind einfach nur, geh jetzt da hin, red mit jemandem und dann geh woanders hin. Okay. Mehr ist es halt nicht, weißt du? Ja, ja. Und das ist schade. Ja, weil ich glaube, das geht voll rein in das, was wir vorher gesagt haben, so der Weg ist das Ziel und das Ziel ist ein bisschen egal und sie wollen dir so ein bisschen einen Motivator geben, irgendwo hinzurennen, was dann aber dadurch so ein bisschen redundant, oder nicht redundant, aber was halt dadurch ein bisschen an Faszination verliert, dass du diese Wege ja regelmäßig schon dreimal gegangen bist. Und ich meine, die Dynamik da verändert sich noch ein bisschen, also gerade im letzten Drittel zum Beispiel bin ich fast gar nicht mehr gelatscht. Da habe ich halt Teleports benutzt. Das Spiel ist auch so, dass es gen Ende dich wirklich zuschmeißt mit Fairy Stones, dass du halt diese Limitierung auch einfach gar nicht mehr so groß spürst. Weil du kriegst ja wirklich, also wenn es dir so geht wie mir, du hast ja am Anfang fast alle aufgehoben, hast dann irgendwann halt 20, 30 Stück davon und irgendwann kannst halt anfangen zu sagen, ich benutze jetzt einfach alle. Das stimmt, ja. Ich habe die auch erst einmal, glaube ich, insgesamt benutzt. Und du hast mich gerade daran erinnert, ich habe tatsächlich einen Teleportstein einfach dabei die ganze Zeit schon, dass ich den unbedingt mal in die Hauptstadt der Wüstenregion setzen sollte. Aber man entlagt da doch, also ich habe da halt eine Quest, die darauf hindeutet, anlocke ich da nicht auch noch so einen Oxcart-Weg von der Wüstenstadt aus? Ja, ja. Ja, okay. Nein, nein. Also da gibt es auch bestimmte Punkte in der Story, wo ich sage, wo ich euch quasi empfehle, wobei ich nicht weiß, wann welche Quests abgebrochen werden und wann nicht. Aber es gab einfach einen Punkt, wo ich sehr gearbeitet habe, um dieses Teleport-System so zu kriegen, dass ich problemlos an verschiedene Stellen komme. Dann habe ich eine Hauptquest gemacht und dann wurde das quasi relativiert, weil neue Sachen freigeschaltet wurden. Und ich dachte mir so, okay, hätte ich einfach die eine Quest gemacht in der Hauptstory, dann hätte ich mir viel davon sparen können. Ja, das glaube ich dir. Ich wollte kurz darauf hinweisen, dass es sind die Spiele-Charts, die deutschen Spiele-Charts veröffentlicht worden vom Game-Bundesverband und da chartet nicht nur Drang's Dogma 2, sondern da chartet tatsächlich auch Drang's Dogma Dark Arisen, was ich sehr, sehr lustig finde. Ja, also ich glaube, es sagt auch etwas darüber aus, dass einfach, wenn wir, das ist eine Top 20 und ich glaube, wenn wir über die hinteren Plätze sprechen, da reden wir dann ja von relativ geringen, wenig tausenden Verkäufen vermutlich. Verkäufer? Das sind, boah, leider ist das hier, warte mal, das kann ich dir gleich sagen. Das wäre ja relevant. Informationen zu den Charts. Die Game-Charts enthalten plattformübergreifend die am häufigsten in Deutschland auf Datenträgern und als Download verkauften Spiele. Auf Datenträgern. Also tatsächlich auch digital. Ist nicht nicht einkommensbasiert, also sie sagen dir hier nicht, wie viel Geld sie gemacht haben, sondern einfach, wie viel Einheiten verkauft wurden. Genau. Weswegen ich das ziemlich beeindruckend finde, dass das Dragon's Dogma 2 es auf Platz 3 geschafft hat und weil das ja ein 80-Euro-Spiel einfach auf Konsolen ist und auf PC zumindest noch ein 65-Euro-Spiel und es halt vor so Evergreens wie GTA 5 geschafft hat, was tatsächlich, man soll es nicht glauben, immer noch eine Leistung ist. Und ja, Dragon's Dogma Dark Arisen hat es einfach auf Platz 15 dieser Liste wieder geschafft, als Neueinsteiger, in Anführungszeichen. Und das finde ich einfach ganz amüsant, ganz interessant. Genauso interessant finde ich übrigens, was mich überrascht hat. Final Fantasy VII Rebirth überhaupt nicht mehr in der Top 20 vertreten nach dem Februar. Ist im März komplett aus den Spiele-Charts verschwunden, was mich dann auch ein bisschen überrascht hat. Ja, weil in Japan war doch auch mal diese Nachricht, dass es sich da irgendwie schon in der zweiten Woche nicht mehr so viel verkauft hat. Aber das habe ich jetzt nicht mehr 100 Prozent im Kopf. Ja, es war sehr frontloaded, so habe ich das auch in Erinnerung, ohne jetzt die genauen Zahlen im Kopf zu haben. Genau, ich meine, es ist auch nur eine Plattform, muss man dazu sagen. Aber ja. Ja, es ist, also wie gesagt, Dragon's Dogma 2 ist ein Spiel, das ich sehr gerne durchgespielt habe, das dann ein Teil seiner Faszination ist, einfach so ein bisschen weggebröckelt am Ende, weißt du? Auch wenn es noch Sachen macht, die ich total faszinierend finde, aber es ist schwierig, darüber zu reden, ohne zu spoilern. Ja, das machen wir dann in ein paar Wochen vielleicht nochmal. Genau, vielleicht machen wir das dann nochmal. Und ich würde es trotzdem weiterempfehlen, aber halt mit dem Hintergrund wissen, dass sich das vielleicht nicht durch die gesamte Spielerfahrung trägt, diese Art der ständigen Belohnung für Erkundung und dass halt du irgendwann merkst, ja okay, das Kontingent an Monstern und großen Viechern und so ist halt begrenzt, ist halt einfach so. Ja, genau. Okay, dann soll es das doch gewesen sein mit Dragon's Dogma 2. Du hast ein Spiel gespielt, das du auch im Stream gefeatured hattest, im letzten, namens Player Non-Player. Und du musst uns, glaube ich, mal erzählen, weil das werden viele Leute nicht kennen, worum es sich denn dabei überhaupt handelt, was ist denn Player Non-Player? Player Non-Player, da habe ich das erste Mal von erfahren, als ich auf der Amaze war letztes Jahr, denn dieses Spiel hat dort auch den Preis des Most Awesome Games gewonnen, so bezeichnen sie das dort einfach das Spiel, was quasi, ich glaube, das war das gewotete, nee, nee, das gewotete Spiel hat der Viewfinder gewonnen, dann war das einfach von der Jury quasi als das beste Spiel, ähm, hat es dort gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere, und habe ich auch dort kurz gespielt und, äh, halt wirklich nur kurz und es hat sich so ein bisschen eingebrannt bei mir, weil es eine sehr interessante Kernmechanik hat, nämlich, dass du hier nicht schießt oder sprichst, sondern deine Interaktionsmöglichkeit mit der Umwelt ist, dass du deinen Arm ausstrecken kannst, um halt Leute zu streicheln, zu caressen, wie sie es hier im Englischen nennen, das Spiel ist auch, ist ein französisches Spiel, ähm, was auch eine englische Übersetzung hat und im Englischen nennen sie es halt caress, the caress button, ähm, und du kannst dann diese, diese Taste halten, um zu streicheln und dann halt mit dem, ähm, ja, mit der Maus oder dem rechten Analogstick den halt bewegen und dann bewegst du deine Hand so und fährst halt über die Figuren oder die Gegenstände drüber, die du so siehst und dann kannst du als zweite Interaktionsmöglichkeit, die es noch gibt, halt auch den, äh, L1-Knopf drücken auf dem Controller und dann greifst du dir das, was du gerade streichelst und das gilt halt für alles inklusive der Menschen, die du siehst. Also du hast einfach eine, so eine Hand, die du scheinbar zwei Meter ausstrecken kannst vor dir, was sehr lustig aussieht und dann kannst du dir einfach auch die Charaktere nehmen und dann hängen die so in deiner Hand dran und kommentieren das halt, weil manche sagen so, oi, 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 äh, äh, was, 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 hallo, was machst du da? Und manche sagen halt, fuck yeah, fuck, ja, genau, aber manche sind halt so, hell yeah, fuck yeah, das rocks und hau mich, hau mich gegen den Stein. Man muss auch sagen, das sieht teilweise auch sehr creepy aus, also diese, dieser extrem lange Arm, es erinnert mich ein bisschen auch an Trespasser, falls ihr das noch kennt, dieses Dinosaurier-Spiel, wo du die ganze Zeit so einen Arm hast, der so ganz ungelenk in der Gegend rumfuchtelt und das hier in Videos und auf Screenshots zu sehen mit auch dieser etwas, äh, esoterischen Grafik ist, ist was Besonderes. Ich, äh, du, du, du erwähnst da was absolut Richtiges, äh, nämlich es ist absolut creepy immer mal wieder, es ist aber auch extrem lustig immer wieder, ich würde sogar sagen, sehr häufig ist es richtig lustig, äh, einfach durch seine, ja, systemischen, durch seine systemischen Systeme, wunderbar, durch seine Systeme, äh, die dir halt sehr frei erlauben, auf dieser Insel herumzulaufen, weil du hast hier eine kleine, offene Welt, eben eine Insel, auf der du herumläufst und du hast hier eine Handvoll von NPCs, ähm, mit denen du dich anfreunden willst, mit denen du in irgendeiner Art und Weise, du willst deren Liebesbarometer füllen und wie du das machst, musst du dir halt erschließen. Äh, und man erschließt sich das halt, indem man die wenigen Interaktionsmöglichkeiten, die man hat, halt ausprobiert und da ist es dann im Stream, denn ich habe dieses Spiel halt im letzten Stream am Freitag, ähm, angespielt, ungefähr eine halbe, eine Dreiviertelstunde, das könnt ihr euch auf dem Hooked Live Channel gerne angucken, ähm, das ist das, äh, der Livestream mit dem Alan Wake Thumbnail, ähm, aus einem anderen Grund. Und, äh, du kannst, dann habe ich mir halt einen dieser NPCs, der hat halt so gesagt, hallo, ich bin ein Schwimmer, mein Ding ist, dass ich schwimme. Und der war halt so vor dem Swimmingpool und ich dachte mir, ja, dann geh doch mal schwimmen und dann habe ich ihn halt mir genommen und dann hebst du ihn halt einfach auf und er hängt dann so lose, reckdollend in deiner Hand und sagt so, oh, das ist exciting und habe ihn halt ins Wasser geworfen und da ist dann nicht so viel passiert, ehrlich gesagt, aber beim Umdrehen, ähm, bemerkte ich dann, also, das war, obwohl, nee, das war gar nicht beim Wasserwerfen, das war vorher, ist egal, jedenfalls, ich hatte den in der Hand und, äh, beim Bewegen habe ich ihn dann irgendwo vorgehauen, versehentlich, weil er hängt ja an diesem riesigen Arm dran und wobbelt so durch die Gegend und dann habe ich ihn halt so, ja, beim Laufen ist er so irgendwo gegengeknallt und sagte halt so, ah, das hat wehgetan and I like it und ich war so, oh, interessant und auch seine, seine Liebesleiste ging halt so ein bisschen hoch und dann war, wollte ich ihn eigentlich halt hoch zu so einem Sprungbrett bringen, um ihn von da oben ins Wasser zu werfen, aber zwischen mir und dem Sprungbrett war ein, war ein Flur, der diverse große Fenster hatte und ich musste durch diese Fenster durch, also habe ich natürlich A mit B verbunden und habe halt den Mann immer wieder gegen die Fenster geschleudert, bis sie kaputt gegangen sind und er war so, fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah, this rocks, this is awesome und dann habe ich ihn ein paar Mal gegen die Fenster geschleudert und plötzlich flog dieser Charakter mir aus der Hand und einfach in den, also flog einfach so rackdollend in die Luft, dann begann eine Zeitlupe und diese, es begann eine Cutscene ihn zu inszenieren, wie er random rackdollend durch die Gegend flieht, ein großer Blutsplatter ging von seinem Kopf weg und ich bekam das Achievement Killer. Turns out, ich habe ihn dann leider umgebracht, weil ich ihn ein paar Mal zu oft gegen die Gläser gehauen habe, bis sie kaputt ging und ich war wirklich so, wow, holy fuck, war halt wirklich schockiert davon, dass das eine Option ist, mit den Konsequenzen meiner Aktionen irgendwie konfrontiert zu werden. Dann stellte sich aber wiederum wenige Minuten später raus, sah ich, huch, da sitzt er ja wieder, da ist die Leiche despawned und der Charakter ist respawned und er saß wieder da, weil er saß, und er sagte halt, ey, weißt du noch, als du mich umgebracht hast, das war ja super dope und seine Liebesleiste ging noch weiter nach oben und sagte, kannst du das nochmal machen, das hat sich mega geil angefühlt und dann nimmst du den halt wieder und knallst ihn gegen die Steine und er sagt jedes Mal hell yeah, hell yeah. So, das ist mal ein Beispiel, wie du dir halt erschließt über die Option, die du im Spiel hast, was du mit denen machen musst und du musst halt mit, also jeder Charakter hat sehr unterschiedliche Sachen, die er von dir möchte, aber alles geht halt darum, ums Caressen und ums Herumtragen und mit denen einfach, manchmal stehst du auch einfach bei denen und dann gehen halt die Dialoge durch los und sie sagen dir, was sie denken, was sie fühlen, was sie möchten, was sie nicht möchten und da wird das Spiel und da wird das Spiel dann auch immer wieder echt einfach legitim schön und gut geschrieben, dass das trotz dieses extremen, dieser Absurdität und dieses Humors und auch dieses Horrors, von dem was ich gerade beschrieben habe, sind das halt sehr nachvollziehbare Figuren, oft mit sehr nachvollziehbaren Ones und Needs und das machte mir sehr viel Freude, da zu erleben, wer diese Figuren sind, was sie möchten, was sie nicht möchten und es geht halt hier einfach sehr, sehr viel so um um Verlust, so das sind alles Figuren, die in irgendeiner Art und Weise irgendetwas oder irgendjemanden vermissen, die versuchen, was Neues zu finden und die ihren Platz in dieser Welt irgendwie neu suchen möchten und das ist halt alles sehr weit auf so einer sehr high concept, wie man glaube ich schon sich erschließen kann von dem, was ich hier beschrieben habe, aber es ist halt nicht jetzt so ein reines Art Game, das darf, da will ich glaube ich so ein bisschen gegen argumentieren, es ist jetzt nicht so ein Ding, wo du komplett die ganze Zeit nur da sitzt und sagst so, ja, oh wow, das ist so deep, weil ich glaube, da werden einfach Leute auch von abgeschreckt, ich bin dafür ja oft zu haben, es ist auch das, aber auf einer rein spielmechanischen Ebene macht es echt Spaß, diese Insel zu erkunden, du hast einen Hoverboard, was die Sprintfunktion ersetzt und wenn du springst mit dem Hoverboard, springst du wirklich Dutzende Meter hoch in die Luft und kannst so sehr dynamisch und spaßig diese Insel erkunden und auch an Dinge, an Orte, wo du erst nicht glaubst, dass du hin kannst und von weit oben kannst du dann sehen, da hinten ist irgendwas und dann sind da auch kleine Rätsel versteckt, wo du mit Gerätschaften interagierst auf dieser Insel, indem du sie streichelst oder nicht streichelst oder irgendwas mit denen machst und das macht Spaß, das ist was sehr Eigenes, aber das ist auch auf der grundsätzlichen spielmechanischen Ebene echt was ziemlich Spannendes und ich hab das so jetzt anderthalb Stunden gespielt und hab da wirklich viel einfach Freude dran und hab wirklich gelacht, aber war auch schon so ein bisschen berührt, das ist richtig cool. Das Streichelspiel, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es hat auch eine sehr traumartige Darstellung seiner Welt, wo du halt so Berge im Hintergrund hast, die scheinbar, wo scheinbar oben Lava rauskommt oder die so aussehen, als wären es irgendwie Feuerspitzen, sehr weite Graslandschaften, felsige Klippen, aber auch ganz viele so Gebäude oder Strukturen, die mega hoch in den Himmel ragen, wo du dann noch irgendwie so einen riesigen Planeten in der Distanz siehst, also es ist irgendwie sehr abgespaced, weißt du, es wirkt so traumartig oder vielleicht auch eher so eine Art Limbo, in der du dich hier befindest, gerade wenn du sagst, es geht auch um Verlust oder so, also das ist dann visuell auch recht interessant auf den ersten Blick. Ja, und es ist technisch gar nicht so schlecht, also die Charaktere sehen halt aus, wie sie aussehen, die sind jetzt nicht die detailliertesten Figuren der Welt, aber wenn du tatsächlich dich in der Umgebung dort befindest und herumguckst, das sieht echt ziemlich pretty aus, also die Umgebung zu erkunden, macht wirklich Spaß und auch auf einer optischen Ebene und wenn wir über die Präsentation sprechen, es hat halt einen wirklich tollen Soundtrack, der ausgewählt abgespielt wird, der in Zusammenarbeit mit einer französischen Band namens Agar Agar, also A-G-A-R, Leerzeichen A-G-A-R, gemacht wurde. Es gibt ein Prequel-Musikvideo zu diesem Spiel von dieser Band und das ist auch gar nicht so, das ist jetzt keine mega kleine Gruppe, das ist auch eine französische Gruppe, die einzelne wirklich Hits mit vielen Millionen Klicks auf YouTube haben, wo ich dann auch mal in ihre Diskografie reingehört habe, was mir extrem gut gefallen hat und deswegen geht auch immer mal wieder wirklich, gehen richtig tolle Musiktracks hier los. Cool. Das ist was, das ist was echt Cooles, also ich habe das als so eine kleine Kuriosität angeworfen, interessiert und muss sagen, das hat mich darüber hinaus wirklich fasziniert und mir auch einfach auf so einer ganz simplen Ebene Spaß bereitet als Erkundungsspiel. Deswegen kann ich das wirklich empfehlen, da mal reinzugucken. Das kostet 10 Euro, gibt es auf Steam, heißt, ich sage es noch mal, Player, Non-Player und für alle Leute, die so ein bisschen über die so die Triple-A-Horizonte oder auch typische Indie-Games-Horizonte ein bisschen hinausgucken wollen, kann das glaube ich was sein. Will es jetzt nicht garantieren, ist immer noch was sehr Eigenes, aber der Blick lohnt sich, denke ich. Ja, und falls ihr es mal in Bewegung sehen wollt, schaut doch in Robins Stream rein vom letzten Freitag. Ja. Aufzeichnung gibt es bei Hooked live da, ja, falls jetzt quasi noch Fragen sind nach dieser Beschreibung, könnte man die dort eventuell klären. Klingt aber super spannend, also es ist ein sehr faszinierender, faszinierendes Spielkonzept zu sagen, okay, deine primäre Interaktion ist streichelt. Voll, da wird es direkt spannend durch und dann auch noch in einem Open-World-Konzept in irgendeiner Art und Weise sowas zu packen, finde ich spannend. Falls ihr euch das tatsächlich kauft und es euch gefallen sollte, kann ich euch auch empfehlen, einen Review dazulassen, weil bei so einem Spiel, das hat jetzt vier Reviews auf Steam, ein paar Tage nach Release, das ist natürlich nichts, was sich in irgendeiner Art und Weise tausende Male verkaufen wird. Wie bist du denn drauf gekommen? Hattest du das gerade? Über die Amaze, genau, das hatte ich ja auf der Amaze gesehen. Ach stimmt, Amaze war es, ja, richtig. Und seitdem hatte ich so ein bisschen im Blick und als ich dann gesehen habe, dass es released wurde, wollte ich dann direkt reingucken. Und wenn euch das Spiel gar nicht interessiert, hört euch den Soundtrack an, gibt es auch auf YouTube. So, seht ihr, hat da auf jeden Fall was davon. Okay, ich habe was ganz anderes gespielt, Robin, ich habe noch ein bisschen World of Warcraft nachgeholt in meinem Urlaub, weil ich mal die Story aufholen wollte, weil die Story von Dragonflight, zumindest so wie ich es verstanden habe, ist ja quasi vorbei, also es startet jetzt demnächst die vierte Season von Dragonflight, da sind aber, glaube ich, keine großen Storyinhalte drin. Und danach müsste schon The War Within kommen, das nächste Add-on, was ja momentan noch für Sommer angekündigt wird, da wird jetzt auch bald die Beta starten, äh, die Alpha starten. Und ich wollte einerseits mal die Story nachhören und andererseits mir mal Plunderstorm angucken, weil es gibt so einen separaten World of Warcraft Spielmodus, der in den Battle Royale ist, auf den kann ich auch gleich noch kommen. Aber die Story hat mir durchaus Freude bereitet, weil es halt nochmal so ein, so ein Ende ist für einen Teil der Geschichte, der mit Battle for Azeroth angefangen hat, wo ja, äh, Teldrassil runtergebrannt wurde, ne? Dieser Weltenbaum von den, ähm, von den Nachtelfen. Und da geht's jetzt halt darum, einen neuen Baum zu pflanzen, da geht's darum, in den Emerald Dream einmal zu kommen für ein neues Gebiet. Und es ist halt wirklich wie so ein einzelnes, neues Add-on-Gebiet, das haben sie ja in den letzten Add-ons, ähm, auch gemacht, dass mit Patch-Content nochmal wirklich neue Gebiete dazukommen, wo du richtige Questlines hast mit auch Story-Cutscenes und allem drum und dran. Äh, und das ist das hier halt auch quasi wie so ein Mini-Add-on gewesen, das, was ich jetzt hier zuletzt nachgeholt habe. Und davor gab's das ja schon mal, wo du in den Untergrund gehst von den Dracheninseln, äh, und da so ein Höhlensystem erkunden konntest und da auch richtig Story mit Cutscenes hattest. Und das jetzt mal zu Ende zu sehen, war ganz interessant, vor allem, weil sie's ja inzwischen auch so gemacht haben, du musst gar keine Raids spielen, um die Story zu Ende zu spielen. Ne, sie geben dir zwar dann die Quest für den Raid, wo du dann den Big Bad besiegst, in dem Fall Firak, dieses Feuerelementar, ähm, Drachenwesen. Und, äh, die hab ich halt nicht gemacht, äh, aber direkt danach kannst du halt eine Quest machen, wo du nochmal eine Cutscene kriegst, die, schätze ich mal, dann im Raid spielen würde, äh, und dann halt die Story abschließen kannst. Weil, äh, großes Storytelling passiert ja im Raid nicht, ne? Es gibt zwar die Dialoge und es wär irgendwie auch cool, die mitzukriegen, ohne selber jetzt den Raid spielen zu müssen. Ich weiß, es ist ein MMO, aber man kann so viel in diesem Spiel Singleplayer machen, das ist ja wie bei Final Fantasy, wo ich mich auch immer geärgert habe, dass du so dramaturgisch auf so ein Ding hin steuerst und dann musst du erst mal warten, um eine Gruppe zu finden. Ja. Und hast ja vor allem auch den Druck, dann zu performen, ähm, in irgendeiner Form, auch wenn das in Raid-Finder nicht ganz so schwierig ist. Aber, äh, ja, da bin ich halt, äh, ganz happy, dass man das auch so machen konnte und das hat dann Spaß gemacht, da die Nachtelfen auch noch mal so in den Vordergrund gerückt zu sehen. Da sind ein paar sehr gute Umarmungen dabei, äh, die da passieren innerhalb dieser Story, weil's dann auch so, so wholesome wird an manchen Stellen. Äh, Was, finde ich, aber für mich die ganze Add-On über nicht geklappt hat, sind die Antagonisten, weil das sind ja diese Würms, ne? Ja, ja. Finde ich, ja. Diese von den Drachen auch irgendwie, äh, gescholtenen Kreaturen, die dann hier als, wie so eine Power-Ranger-Truppe auftreten und dann aber relativ schnell zerschlagen werden. Ähm, und am Ende bleibt danach halt hier noch Frack übrig. Also es ist sogar noch einer übrig, der wird dann irgendwann in der Zukunft eine Rolle spielen. Die sind visuell cool designt, aber das sind Samstagmorgen-Cartoons. Das ist nicht mehr als das, was da storytechnisch passiert, auch in Sachen Motivation und sowas. Du hast die eine, die wirklich zu der Heldengruppe stößt und die gut wird, ähm, und bei der dann auch ein bisschen mehr passiert, das ist auch cool, aber ansonsten ist das total egal. Also das kommt jetzt nicht an die Größen von einem Illidan oder Arthas oder so aus der Vergangenheit ran, äh, sondern bleibt dahingehend sehr blass und viele der Dialoge sind auch dieses inzwischen sehr Warcraft-typische, äh, ja, so Phrasen, die sich gegenseitig an den Kopf geschmissen werden, wo du eigentlich, könntest du wirklich in der Hälfte jedes Dialoges pausieren und selber den Rest ergänzen, weil du einfach schon weißt, was gesagt wird, ne? Äh, und da wär's irgendwie auch schön, mal ein bisschen, ein bisschen komplexer zu werden, weil ja gerade auch ich dann zu Final Fantasy XIV gucke und mir denke, die machen das halt deutlich besser in der Art und Weise, wie dort Charaktere miteinander interagieren und wie natürlich das da wirkt. Wobei ich bei World of Warcraft auch in gewisser Weise dieses Pompöse natürlich haben möchte, ne? Also das ist ja ein Teil dieses Spiels, diese großen Ansprachen, die anschwellende Musik im Hintergrund und es wird so richtig epic, das ist Teil des Spiels und das ist auch Teil der Identität, aber du kannst ja trotzdem die guten Charaktergeschichten haben und die stecken ja auch in dem Spiel, manchmal in random Quests irgendwo am Rand und teilweise auch in der Hauptquest, aber man muss sie halt so ein bisschen suchen und das ist so ein bisschen schade, da bin ich sehr gespannt, wie The War Within damit umgehen wird, weil diese Intro-Cutscene, diese CG-Cutscene, die wir für The War Within haben, ist ja aus einer Storytelling-Perspektive richtig cool, äh, wie du diesen Konflikt von Anduin dargestellt bekommst und was man damit noch alles machen könnte. Deswegen ist immer dieses große Ganze ist immer ganz cool, aber manchmal hapert's dann an den kleineren Sachen in der Umsetzung und das Quest-Design ist halt bekannt, also ist sehr abgespult, hab ich das Gefühl. Ich finde das, ähm, ich finde das Spannendste an Dragonflight ist ja dann auch wirklich was Unfair gegenüber des Addons ist, aber meines Eindrucks nach halt, was dann danach kommt, ne, weil ja Dragonflight in so einer offensichtlichen Form ja als Reset dienen sollte. Ich finde, das wird total durch diese Bösewichte charakterisiert, was ja dazu führt, dass sie komplett austauschbar und egal sind, aber es war ja auch ein bisschen der Point, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, nach Shadowlands, dass man halt etwas ganz Safes, etwas ganz Simples macht und ja offensichtlich dann auch einfach ein bisschen die Zeit nutzt, um sich dann neu aufzubauen. Was ja als Ergebnis dann hatte, dass ein Creative Director von früher wieder zurückkommt, der absolut definierend für die ganze Serie und Franchise ist und immer war und der dann eine Trilogie ankündigt. Also offensichtlich ja ein sehr erfolgreicher Versuch, etwas zu resetten. Ob das auch qualitativ erfolgreich ist, das müssen wir erstmal noch sehen. Aber aus dieser Perspektive finde ich dann halt das Spannendste an Dragonflight, worauf das hinführt. So, ob wir dann tatsächlich mit War Within den Unterschied erkennen können. Okay, so, jetzt haben wir quasi den Ballast abgelegt. Wir können, wir haben ein Add-on gemacht, was nur darauf fokussiert war, Ballast hinter sich zu lassen und quasi wenig selber darauf aufbaut und dann einfach nur das Schlechte zurücklässt. Schaffen wir es jetzt, wo wir das geschafft haben, wieder etwas richtig Großes, Episches, Beeindruckendes aufzubauen, wo ich, wie früher manchmal, so die neuen Cutscenes gar nicht erwarten kann und die Story unbedingt sehen möchte und so etwas. Und das finde ich dann auch ganz, ganz spannend. Ich finde, da hat War Within viel zu beweisen, was, was finde ich, Dragonflight so ein bisschen dann begonnen zu versprechen hat. begonnen hat zu versprechen. Es ist aber manchmal auch so beides, weil Dragonflight hat schon sehr diesen Charakter von ja, hier sind jetzt halt die Drachen und so, okay. Und hier sind diese neuen Bösewichte und das ist auch wieder so ein okay. Aber es macht trotzdem diese Rückbezüge auf die Sachen, die passiert sind. Weil das Spannendste in der Geschichte von einem MMO ist, dass die Welt, in der du dich befindest, die ja über die Jahre dynamisch weiterentwickelt wird, halt wirklich eine Geschichte haben kann. und Final Fantasy ist ja zum Beispiel sehr gut da drin zu sagen, okay, hier passieren die großen Ereignisse in der Welt, wir zeigen aber auch den Epilog ausführlich, was das jetzt mit der Welt macht. Und das gibt dir so ein Gefühl von, okay, die Sachen haben halt Konsequenzen, es ist nicht einfach nur Happy End und fertig, sondern da können auch negative Dinge drauf folgen. Und World of Warcraft hat das jetzt zumindest in Ansatzweise dann auch so ein bisschen, dass halt so Sachen gesagt werden wie, okay, Sivanas und Co. haben halt Teldrassil runtergebrannt und jetzt geht's halt auch um die Konsequenzen da drum und wie man da wieder heilen kann und wie man da neue Hoffnungen schöpfen kann aus der Art und Weise, wie dort Leute und Völker zusammenkommen. Und das macht mir dann schon Spaß. Und es gibt auch so Side-Stories, die ich gespielt hab, die ich mal nachgeholt hab. Eine, wo man, wo man die, wo man Lordaeron quasi heilt, weil das ja auch im Zuge von Battle for Azeroth komplett kaputt gemacht wurde, was ist es sehr interessant. Es ist alles dieses wir heilen Battle for Azeroth wieder weg. Und dann auch jetzt gerade im letzten, in der letzten Season neu dazukommen, so eine Story, wo man Gilneas, die Stadt der Worgen von dem, der Scarlet Crusade reclaimed. Aber ich find's total cool, dass ich dann in alte Gebiete zurückgeschickt werde von der ursprünglichen Welt und da findet nochmal Story statt. Die ist dann relativ kurz, das geht nie groß länger als irgendwie mal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so. Aber trotzdem, es gibt der Welt diese Geschichte und das ist so das, was ich so faszinierend finde, dass du dann das Gefühl hast, okay, hier verändern sich auch Sachen mit der Zeit. Und da hab ich dann viel Freude dran. Also das find ich schon cool. Ich hoffe, dass sie dann in der Richtung auch da so weitergehen und bin zumindest optimistisch, dass das was wird, weil ich fand Dragonflight jetzt insgesamt echt cool, auch wenn ich mit vielen Systemen ja gar nicht interagiert habe, weil ich jetzt inzwischen fast nur noch so die Story spiele und die Quests und das auf eine sehr andere Art erlebe. Dieser ganze Raid und Dungeon-Kram ist mir ziemlich egal. Wobei es ja inzwischen auch Follower-Dungeons gibt. Hast du das mitbekommen? Nee, das hab ich nicht mitbekommen. Follower-Dungeons haben sich einfach von Final Fantasy abgeguckt, sind diese mit NPCs gemachten Gruppen, wo du in Fünfer-Gruppe mit NPCs die Dungeons von Dragonflight spielen kannst. Das gibt's in WoW, aber das hab ich gar nicht mehr geguckt. Ja, das kam auch mit der letzten Season, glaub ich, dazu. Und das hab ich mal gemacht und das ist halt echt cool, weil du kriegst so einen zusätzlichen Button für deine Fähigkeitenleiste, wo du dem Tank quasi sagen kannst, du gehst vor und dann geht der Tank oder du schaltest das wieder aus und du selber bestimmst die Geschwindigkeit, mit der vorgegangen wird. Aber das ist halt total cool, weil du kannst halt zwischendrin, überhaupt kannst du dir mal die Dungeons in Ruhe angucken, weil mit Random-Gruppen da durchzugehen, ist ja Speedrun. Kannst mal auf die Story-Sachen achten, die dort passieren. Kannst auch mal sagen, ich geh mal AFK für fünf Minuten und danach ist nicht die Gruppe leer oder du raus. Sondern du kannst halt einfach weitermachen. Und das fänd ich irgendwie auch cool, wenn das für mehrere, also auch für die ganz aktuellen Dungeons oder sogar Raids passiert. Natürlich unterminiert das sehr den Punkt des Spiels, des MMOs. Also ich glaube, da werden viele Leute vielleicht auch keinen freuen von. Aber so rein als Story-Erfahrung gibt mir das halt viel mehr, als irgendwie mir noch Gedanken machen zu müssen, okay, sind diese ganzen anderen Leute, die jetzt, wo jetzt so ein gewisser Druck herrscht und ich auch nicht so mich komplett auf die Story konzentrieren kann. Das ist immer so ein Zwiespalt des Genres, finde ich, der in jedem dieser Spieler existiert. Aber ja, das war ganz interessant zu sehen. Und ich habe noch hier noch Blunderstorm angeguckt. Das ist wirklich ganz witzig, weil du klickst in deinem Charakter-Select-Screen auf ein anderes Symbol, kommst dann in ein anderes Interface, wo du dir ja einen neuen Charakter machst, der jetzt nicht levelt oder sowas, sondern du baust dir einfach einen Charakter in so einem Piratenkostüm, drückst dann auf Start, es werden 59 andere Leute gesucht, ihr werdet zusammen in eine Gruppe geschmissen und hast dann so ein, wie halt in einem typischen Battle Royale, so einen Sammelplatz, so ein kleines Hafendorf mit Piraten und dann gibt es einen Countdown von irgendwie 30 Sekunden oder wie lange auch immer und dann geht halt dieses Match los, du wirst in einer Kanone in die Luft geschossen und fliegst dann halt an so einem Vogel auf ein Schlachtfeld, suchst dir aus, wo du landest, kannst dann NPCs töten, um Gold zu bekommen, was dich hochlevelt und Fähigkeiten, die du slottest, die du dann auch verbessern kannst und kannst dann halt gegen andere Spieler und Spielerinnen kämpfen und das ist halt so ein richtig klassischer Battle Royale-Modus, der auch anders funktioniert, weil es ist kein Tap-Targeting mehr, sondern du triffst mit deinen Fähigkeiten das, was sich halt vor dir befindet. Oh, oh, oh. Also das spielt sich grundsätzlich anders, deswegen musst du sehr viel strafen und zum Beispiel NPCs haben alle einen Tell für ihre Fähigkeiten, also die laden zum Beispiel so einen Angriff auf und da musst du vor denen weggehen aus deren Einzugsbereich, damit du nicht getroffen wirst und so kannst du dem halt ausweichen und das ist so eine andere Art und Weise, wie der Kampf funktioniert, wodurch er halt mehr wirkt wie ein Actionspiel, ein klassisches, natürlich aber nicht so 100 Prozent, weil es ist immer noch alles in der World of Warcraft-Engine, aber dadurch hat es sich so ein bisschen frisch angefühlt. Es ist aber zumindest für mich irgendwie sehr frustrierend zu spielen, weil es läuft alles darauf hinaus, dass du in den ersten paar Levels oder am Anfang des Spiels einfach Gegnern aus dem Weg gehst, weil es einfach nichts bringt, groß gegen andere Leute zu kämpfen. Das dauert am Anfang viel zu lang, weil du hast ja ziemlich viel Leben, du kannst dich einmal heilen, du hast so eine Fluchtfähigkeit am Anfang, wo du in so einem Fass wegrollen kannst, da wirst du niemanden tot kriegen. Das heißt, du levelst erst mal nur gegen NPCs, Leute gehen sich aus dem Weg. Wenn du dann so Level 5, 6, 7 hast, dann fangen an, die Scharmützel zu starten und wenn du dann nicht die richtigen Fähigkeiten hast, bist du einfach so was von tot. Weil es gibt Fähigkeiten, die sind einfach scheiße oder beziehungsweise sehr viel schwerer zu benutzen als andere, weil sie so lange aufladen müssen oder nur einen AE machen oder so was, dem man so leicht ausweichen kann, wodurch das alles ein sehr random Gefühl bekommt. und nach so 5, 6, 7, 8 Matches dachte ich mir dann auch so, ja, okay, ich glaube, ich glaube, es reicht. Man schaltet halt so Sachen frei für das Transmog-System, irgendwelche Kostüme. Es gibt auch eine Quest, die man freischalten kann, aber halt so Krams und den gibt es im Hauptspiel eigentlich schon genug. Es ist aber ein interessantes Experiment und ich habe da auch gar nichts dagegen. Es ist jetzt nur nicht so, dass ich dachte, oh ja, das ist die Art und Weise, wie ich World of Warcraft spielen möchte. Ich habe es aber auch nur Solo gespielt. Man kann das auch zu zweit spielen und neuerdings auch zu dritt. Aber wie cool das ist, dass sie so eine, also das ist ja quasi eine andere Executive, sodass du quasi gar nicht ins Hauptspiel gehst, sondern vorher in einem Menü was anderes auswählst, weil es gibt denen ja, unabhängig davon, wie das jetzt in diesem Falle funktioniert, es gibt denen halt durchaus interessante Möglichkeiten zu experimentieren, einfach mit Ideen, wo man halt nicht überlegen muss, okay, auf welche Art interagiert es jetzt mit den 44.000 anderen Systemen, die wir in diesem Spiel haben, sondern wir könnten es losgelöst hier reinpacken und damit halt Sachen machen, die wir im Hauptspiel nicht machen können. Und das finde ich, also gemeinsam mit dem WoW Classic und der Season of Discovery, wo ja gerade die dritte Staffel gestartet, startete, und dann von Retail, finde ich das einfach als Paket, als Angebot echt faszinierend und ist ja auch einzig, also ich habe das Gefühl, es ist einzigartig, so gut kenne ich mich mit MMOs allgemein jetzt nicht aus, um das ganz sicher sagen zu können, aber dass sie halt quasi sagen, so begründen wir auch unsere monatlichen Kosten, indem wir in Zeiten, wo ja so viele Service Games erscheinen und MMO-esk sind und einfach entweder komplett kostenlos sind oder über Einmalkäufe, also einen Einmalkauf sich finanzieren und dann halt Mikrotransaktionen, dass sie halt hier sagen, ja gut, wir packen aber zusätzliche Features, Spielmodi hier quasi rein. Das finde ich ganz spannend. Ich finde das auch grundsätzlich sehr cool, dass sie sich trauen, so viel zu experimentieren, aber auch das Gefühl, dass World of Warcraft sich generell gerade an einem ganz guten Ort befindet, in der Art und Weise, wie jetzt die Updates passiert sind mit den Roadmaps, die sie veröffentlicht haben, die bisher ja auch ganz gut zu klappen scheinen. Also da haben sie so einen Groove gefunden. Es gab ja neulich auch diesen GDC-Talk, der ist, glaube ich, geleakt, den gibt es noch nicht so richtig, weiß ich gar nicht, wie genau das war, aber wo halt Informationen geleakt sind über die Spielerzahlen. Es gab so eine Grafik, die geteilt wurde, wo man sehr schön gesehen hat, wo, nach welchen Add-ons die Spielerzahl quasi gesunken ist und wann sie dann wieder sich mehr erholt hat und wie sie sich gerade auch mehr erholt und wie Classic auch nochmal einen richtigen Boom ausgelöst hat innerhalb von World of Warcraft. Also Classic ist auch einfach ein Riesenerfolg für die Marke und ich kann mir schon vorstellen, dass da noch mehr kommen wird. Jetzt auch unter Microsoft wird sicherlich nochmal viel reshuffled und neu gedacht. Und es gibt ja auch Interviews, wo irgendwie gesagt wurde, ja, auch Projekte außerhalb von World of Warcraft können passieren, können auch an andere Studios kommen, aber wir sind da sehr picky und ja, also vielleicht kommt dann irgendwann auch mal was anderes als World of Warcraft mit Warcraft, was ja durchaus interessant wäre. Oder sie machen halt mehr Spiele im Spiel, weil das ist Plunderstorm, das ist ein Spiel im Spiel. Ja, das ist ja auch so ein bisschen die ganze Fortnite und Pseudometer-Werse-Sache, dass wir quasi ein, ne, eine Engine, ein Spiel-Engine bauen und darin Sachen experimentieren. Wann kriege ich mein World of Warcraft-Rhythmus-Spiel? Exakt darauf wollte ich auch hinaus, aber dann kann ich endlich mit Autos durch World of Warcraft fahren. Ich meine, das kann man sehen schon. Ja, das stimmt. Also ich finde das schon echt cool und gibt mir als jemanden, der ein extrem casual-VoW-Spieler ist, also ich habe Bock darauf, wenn ich gerade die Zeit hätte, sobald ich die Zeit finde, da noch mal reinzugucken. Ja, 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 ja. Also ich denke, man kriegt auf jeden Fall genug Spiel fürs Geld da, momentan zumindest. Ich will noch ein Shoutout geben, einfach nur an eines meiner Lieblingsspiele an der Zeiten, Robin, weil das habe ich auf den Zugfahrten zu meiner Ma durchgespielt, nochmal seit einer ganzen Weile jetzt inzwischen, nämlich Zelda Link's Awakening. Habe ich auf meinem Analog Pocket durchgespielt, über den ich ja auch noch nicht groß geredet habe. Das ist für die Leute, die es nicht wissen, ist so ein quasi Game Boy, der auch verschiedene Emulationsfähigkeiten hat auf FPGA-Technologie. Also man kann auch Super Nintendo oder diverse Arcade-Sachen draufladen und die spielen im 2D-Bereich. Aber das Coole ist, man kann halt Cartridges reinstecken, man kann halt Game Boy und Game Boy Advance Cartridges reinstecken und dann kann ich halt einfach meine alte Zelda Link's Awakening-Version spielen in super akkurater Hardware-emulierter Form. Also das ist dann quasi nicht am Emuliert, weil es ist einfach die Hardware. Und das nochmal durchzuspielen, war super schön, weil ich genau an diesem perfekten Sweet Spot war, Robin. Dieses, es ist lang genug her, dass ich wieder Sachen vergessen habe und Rätsel quasi wirklich nochmal ehrlich erlebe, aber noch nicht zu lang, dass ich immer noch weiß, okay, wie ist das alles zu handhaben und ich habe die Nostalgie und diese ganzen Gefühle, die da dran gekoppelt sind, weil das ist ja wirklich eines meiner absoluten Lieblingsspiele Link's Awakening und das hat sich nochmal sehr gefestigt mit diesem Durchspielen. Und das war auch ganz interessant, zum Beispiel gibt es am Ende des Spiels ein Labyrinth, durch das du nicht durchkommst, wenn du nicht weißt, in welcher Reihenfolge du da durchgehen musst. Und diese Reihenfolge findest du im Spiel selbst heraus, aber als Kind habe ich die nie selbst im Spiel herausgefunden. Ich hatte ein Lösungsbuch und da stand die drin. Und durch dieses Lösungsbuch bin ich halt immer auf diese Lösung gekommen und habe das auch nie mal natürlich aus dem Spiel heraus mir angeguckt. Nur hatte ich das ja nicht dabei, der Zugfahrt, und wollte auch nicht googeln, sondern habe mir das mal aus dem Spiel heraus erschlossen. Und das ist auch möglich, weil es steht in der, ganz am Anfang des Spiels, es gibt so eine Bibliothek und da gibt es Hinweise dazu. Du musst dann trotzdem eine ganze Tauschquest-Reihe machen, die sich bis dahin sehr optional anfühlt, aber gar nicht optional ist, um dann auf diese Lösungen zu kommen. Aber es ist möglich, es ist halt ein bisschen gemein, aber es ist möglich. Und das war nochmal richtig schön, weil das ist ein sehr emotionales Spiel, halt ein sehr melancholisches Spiel, was ja auch richtig traurig ist an manchen. Also dieses ganze Konzept von einer geträumten Welt, die halt verschwindet, so wie der Träumer aufwacht, ist halt inneren traurig, weil all diese Charaktere irgendwann weg sind. Aber es ist ja trotzdem ein Happy End am Ende. Also es ist ja trotzdem, gehst du ja glücklich raus. Ja. Und da nochmal zu sehen, wie gut hier, wie extrem gut die es geschafft haben, A Link to the Past quasi sich als Vorlage zu nehmen und zu sagen, wir machen das jetzt nochmal in kompakter, mit ganz vielen eigenen Ideen, mit ganz vielen Anspielungen an anderen Nintendo-Franchises, richtig frech auch an vielen Stellen umgesetzt und spielerisch immer wieder richtig kreativ, dass du halt diese Sprungfähigkeit hast und diese Sidescroller-Passagen finde ich bis heute großartig umgesetzt und hab da richtig, richtig viel Spaß mit. Deswegen an der Stelle einfach für die Leute, die es vielleicht einfach noch nicht gespielt haben, Link's Awakening unbedingt nachholen. Ich mag die Gamer-Version immer noch eine ganze Ecke lieber als die Switch-Version, aber die Switch-Version ist auch gut. Also falls ihr keine andere habt oder sowas, spielt es halt auf der Switch durch. Ja, Link's Awakening, tolles Spiel, wollte ich nur nochmal sagen. Ich mag sehr den Gedanken, dass du im Zug sitzt und einfach so einen gigantischen Guide, so einen, also wirklich so aus den 90ern, so ein Buch rauspackst. Vor allem meinen zerfledderten, weißt du, wo die Frontseite schon nicht mehr da ist. Und dann mit deinem Gameboy da sitzt, das stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Ich hatte vor allem, es gibt ja in Link's Awakening die Zaubermuscheln und wenn du davon genug hast, wie viele sind es denn? Es sind 50 Stück auf der Switch zumindest, aber im Original waren es doch nicht 50 Stück. Oder doch? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, nee, ich glaube, es sind 20. Genau. Ich hatte nämlich, ich hatte nämlich am Ende 19, glaube ich. Ich hatte am Ende 19 der Zaubermuscheln und war der Meinung, es gibt, glaube ich, nur 20 im Original. Und bin mir da jetzt nicht 100 Prozent sicher, also korrigiert mich da gerne, falls ich feinstiege. Aber die habe ich nicht alle gefunden von selbst. Man kann auf richtig viele davon selber kommen, weil das Spiel richtig gut ist, dir die Hinweise dafür zu geben oder die Welt so zu designen. Weißt du, wenn zum Beispiel vier Büsche so platziert sind, dass in der Mitte genau eine Lücke ist zwischen den Büschen und da musst du dann halt mit der Schaufel graben und da ist dann eine Zaubermuschel, ist dann halt schon der Hinweis in der Anordnung der Umgebung vorhanden. Und das fehlte mir dann am Ende noch, aber du bist am Ende sowieso so stark, du brauchst das nicht, was du da freischaltest durch die Zaubermuschel. Das klingt ein bisschen wie ein Tunic-like. Link's Awakening halt nicht ein Tunic-like. Der Tunic-Macher mag bestimmt Link's Awakening auch voll gern. Da gibt es ein oder anderen Hinweis zumindest drauf. Okay, dann soll es das mit den Spielen gewesen sein. Reden wir denn noch über Formel 1, Robin? Ja, wir reden noch über Formel 1. Gut, dass du es sagst. Wir sind nämlich, ach, du wolltest es sagen. Genau, ich wollte gerade sagen, wer nimmt es mir jetzt weg? Willkommen bei Robins famosem Formel 1-Fest. Das würde ich ja niemals fragen wollen. Da kommst du gerade aus deinem Urlaub und dann wird dir direkt deine Aufgabe entrissen. Das würde mir niemals auch nur im Traum einfallen. Wir sind in Japan und zwar sehr viel früher als sonst. Normalerweise finden wir uns erst gegen Ende der Saison in Suzuka wieder in Japan. Ein ganz traditioneller Grand Prix-Track, den ich richtig gerne mag. Ich glaube, der war sogar in Gran Turismo zum Beispiel enthalten. Also das ist, glaube ich, ein Track, den viele Leute da draußen kennen. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ist ja mittlerweile eine Seltenheit geworden im Rennkalender der Formel 1, dass man traditionelle Rennstrecken tatsächlich hat, die auch als solche gebaut wurden und nicht halt durch Las Vegas oder eine sonstige Innenstadt fährt. Was nicht heißt, dass die Strecken deswegen schlecht sein müssen, aber ist eine andere Atmosphäre. Der Suzuka-Circuit ist seit Gran Turismo 4 in Gran Turismo. Ach ja, guck mal an. Das mag ich auch sehr, weil das ist bei vielen F1-Strecken ja nicht unbedingt der Fall. Deswegen mag ich das, dass man den auch außerhalb dieser eng gesetzten Grenzen gut spielen kann. Wir waren in Suzuka. Ich kann es direkt sagen, Red Bull wurden Erster und Zweiter in allem, völlig ohne auch nur im Ansatz je unter Druck zu geraten. Verstappen hatte, ich glaube, 20 Sekunden Vorsprung vor dem ersten Nicht-Red Bull oder 30. Es war sehr viel. Vielleicht waren es auch 30. Es war sehr viel. Und wurde im Grunde auch kein einziges Mal gezeigt im ganzen Rennen, weil er im Grunde sich einfach verabschiedet hat am Anfang. Und dann wussten alle, ja gut, der fährt jetzt in den Horizont und dann sehen wir den in zwei Stunden wieder, wenn der den Champagner sprühen lässt. Ansonsten war das Rennen ein seltsames, Tom. Denn, also es war erneut, wir haben, ich habe leider noch nicht ein richtig tolles Rennen in dieser Saison gesehen, meiner Meinung nach. Das ist wirklich ein richtig schwieriger Start in eine Saison, als Zuschauer zumindest, weil du immer leicht zu große Lücken zwischen den Teams gefühlt hast, als dass die wirklich auf einer Ebene miteinander kämpfen können. Du hast Red Bull, die einen deutlichen Vorsprung haben vor Ferrari. Du hast Ferrari, die einen deutlichen Vorsprung vor McLaren haben. Du hast McLaren, die einen deutlichen Vorsprung vor Mercedes haben. Und dann hast du halt Mercedes und Aston Martin und die können so ein bisschen in Konkurrenz treten, aber auch nicht so richtig, weil Lance Stroll halt regelmäßig irgendwo hinten im Feld rumfährt und nicht so wirklich konkurrenzfähig ist. Und damit hast du ja fünf Teams und zehn Fahrer. Also alle Punkte sind eigentlich vergeben. Du hast auf den ersten zehn Positionen gibt es halt Punkte und die sind im Grunde gesetzt, weil dann gibt es eine riesige Lücke und dann kommen die anderen fünf Teams. Sodass du jetzt immer die Dynamik hast, die Teams hoffen darauf, dass mindestens ein Fahrer von den fünf Top-Teams rausfällt oder einen Fehler macht. Und das war erneut dieses Mal Lance Stroll, der irgendwie sich auf Platz 18 qualifiziert hat. Und zwar ohne konkreten Grund einfach, ja, ich war halt langsam. Das heißt, du hattest den zehnten Platz frei und dann hast du halt diese fünf Teams, die im Grunde sich nur um den zehnten Platz streiten, während es in der Top Ten so ein bisschen gesetzt ist. Und dieses Mal war es nicht unbedingt so gesetzt, wie wir das in anderen Rennen waren, aber es war extrem asynchron, weil die unterschiedlichen Teams unterschiedliche Boxenstrategien hatten und die Fahrer alle zu unterschiedlichen Zeiten in die Box dann auch kamen, hattest du sehr selten relevante On-Track-Action, sondern das ist dann immer so off-screen quasi ja durchgereicht oder durchgemischt worden. Das ist das Wort, was ich suche. Weil einfach ein Fahrer zehn Runden später in die Box kam als der andere Fahrer und die Differenz in diesen zehn Runden hat dann dafür gesorgt, dass er vorn oder hinten gelandet ist und dass es ein schwierig zu lesendes Rennen war, ohne jetzt wahnsinnig viel, wahnsinnig spannender Action auf der Strecke. Da konnten sie leider nicht so gut liefern. Ich hoffe noch, dass diese Saison in irgendeiner Art und Weise zumindest auf den hinteren Plätzen noch ein bisschen spannender wird. Sie geht ja noch eine Weile, also es wäre dir zu wünschen. Es ist die längste Saison aller Zeiten mit 24 Rennen. Wir haben jetzt vier hinter uns. Man hofft es für uns alle. Man hofft es vor allen Dingen für die Leute, die eigene Formel-1-Podcast gestartet haben in dieser Saison und die sich beim Rennen schon manchmal so denken, oi, oi, oi. Puh, da muss ich ja ein bisschen überlegen, worüber ich so spreche. Deswegen gucke ich ja auch immer sehr auf das Meta-Game. Wir haben jetzt nicht so viel über Red Bull-Skandale zu sprechen, weil wir darauf warten, dass das alles nochmal groß aufbricht, weil da diverse Klagen laufen. Da gab es ja die interne Untersuchung von den Vorwürfen einer dann gefeuerten Mitarbeiterin, die dem Teamchef von Red Bull, Christian Horner, Belästigung verschiedener Art vorgeworfen hat, ohne dass das aber je nach außen konkret drang. Und dann gab es eine Untersuchung einer Anwaltsfirma, wo Red Bull gesagt hat, das war unabhängig und die haben gesagt, nee, völlig unschuldig. Und dann kam ein paar Wochen später jetzt raus, dass der Anwalt, der diesen nie veröffentlichten Report geschrieben hat, zufälligerweise auch der Anwalt von den Eigentümern von Red Bull ist. Also die sind einfach zu ihrem Anwalt gegangen und haben gesagt, ja hey, wir wollen unseren Teamchef halten, könnt ihr dem vielleicht einen Report schreiben? Haben sie gesagt, machen wir. Und dann haben sie gesagt, ey, aber alles gut. Einer der besten Menschen, die wir je untersucht haben. Liebe Grüße, L. Gätschis. Und dann haben sie prompt die Frau gefeuert, die die Vorwürfe gemacht hat und die hat jetzt quasi Zivilklagen angestrengt, weil sie halt gesagt hat, das ist ja Quatsch. Also Entschuldigung. Aber da gab es jetzt keine Neuigkeiten dieses Mal. Die größten Neuigkeiten, Abseits der Strecker waren im Grunde, dass es Gerüchte gibt, dass Sebastian Vettel in den Sport zurückkehren möchte. Aber auch das wirkte eher wie eine gerne genommene Promotion für seinen neuen Energydrink, wo er rein investiert. Ja, es war halt so eine Werbeveranstaltung für den Energydrink, wo er Investor ist. Und dann hat er halt auch gesagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, Rennen zu fahren, aber erst mal muss ich mehr hiervon trinken. So nach dem Motto. Deswegen gebe ich da nicht ganz so viel drauf. Außerdem haben wir Holy. Wir brauchen keine anderen Quatschentwickler. Das ist unser Sponsor, nur als Kontext an dieser Stelle. Aber nicht in dieser Folge, Robin. Deswegen ist es Ich wollte es trotzdem nur anmerken. Hey, du sollst mal anmerken. Ist ja richtig, ist ja richtig. Okay, dann bleibt es spannend, kann man ja nicht sagen. Dann wird es hoffentlich spannend. Ich hoffe, es wird spannend. Also falls ihr ein bisschen mehr über diese Meta-Sachen, die ich jetzt noch angedeutet habe, erfahren wollt, da werde ich in der neuen Folge von Niau, dem F1-Podcast, das mit Robin sprechen, wo ich auch mittlerweile definitiv weiß, ihr könnt einfach nach F1-Podcast Robin suchen und dann findet ihr den. Das war ja auch meine Hoffnung. Das habe ich ausprobiert am Wochenende mit den Accounts anderer Leute und das war tatsächlich erfolgreich. Deswegen schaut da gerne einmal rein oder hört da mal rein. Ich habe da auch bisher Folgen zu jedem Rennwochenende veröffentlicht. Genau. Dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein mit Robins vom Mosem, und damit auch mit diesem Podcast Robin. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf iTunes, Spotify und Co. Das hilft uns dort weiter. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt, auf Patreon.com, stehschuckt und steady.de, stehschuckt. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den bereits erwähnten On-Topic-Podcast mit Robin und Dom. Über die Steam-Wunschlisten habt ihr dort geredet, ne? Den habe ich noch nicht angehört. Ich habe mir den mit André schon angehört, aber den mit Dom muss ich mir selber auch noch anhören. Ja, genau. Dom wollte halt über Spiele sprechen, die man quasi in der Wunschlist stecken hat, die man dann teilweise auch noch nicht gespielt hat, die man einfach spannend findet. Aber durch diesen Wunschlisten-Kontext gab es dann auch Spiele, wo man schon Demos spielen konnte. Und es gab ein Spiel, was ich quasi dann auch halt aufgrund meiner Wunschliste dann das erste Mal angespielt habe für eine Stunde, anderthalb Stunden, wo wir auch in dem Podcast drüber sprechen, kann man auch so als Geheimtipp-Podcast sehen, weil da einfach wirkliche Spiele genannt wurden, wo ich noch nichts von gehört habe und die instantly in meiner Most-Wanted-Liste weit nach oben gesprungen sind, die Dom. Ich meine, Player non-Player ist ja auch so ein Spiel aus dieser Kategorie sozusagen, so Geheimtipps. Falls ihr davon quasi mehr wollt, dann hört mal in diesen Podcast rein. Und ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran. Ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet ihr namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. BoardPenguin hofft, dass Tom gut erholt zurück ist, um Robins kreativem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Ich nehme mal an, er bezieht sich auf den letzten Livestream. Schipzer, Chrisco, Crushed82, Daniel, Der Pfiffige, Dopsi, Dönis, Dustin, Ejenjas, Frenwe, weint darum, dass er immer mehr Buchstaben verliert, Firo, First Barto, Fure96, Gunnar Hildebrandt, Gurkenforelle, Gostian, Hyperion, Jan Lippert, Janfi, der Held, Jean-Marcel, Kernspaltkartoffel, Kesselflicken, Kumi, Lignum, Love Ambassador Miki, Mark Lammers, Matze, McLovin008, Michael, Michael Noritz-Wolf, Mordema Madarin von der Mosel, Mudkip, MyDespair, Nathalie Bro, nach 10 Jahren endlich berufstätig, Dankeschön, Oldsport, Oliver Zirfers, Pan85, PastaPalast Seenudel, Pokespidey, Ralle, Rick O, Sachsenmilch, Selenaya, Simon Dubitschei, StewTM, Tommy 88088, Why I'm Trying, Zavex und Laska, Zombie und Wintercracker, sagen Danke für den Podcast und wir sagen Danke an unsere Podcast-Produzentin. Guck mal, da beginnt doch unser Geschäftsmodell langsam aufzugehen, als wir vor 10 Jahren gesagt haben, wenn wir jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gründen und eine Firma gründen, dann sollten in 10 Jahren so der Sweet Spot kommen, wo diese ganzen Kids, die uns folgen, halt endlich ihre Informatikstudien absolviert haben und schwerreiche CEOs werden, um das dann bei uns reinzufüttern. Also ich glaube, das ist der Beginn von was großem, Tom. Genau. Mich freut es sehr, dass wir schwerreiche CEOs haben, die uns hier folgen und unterstützen. Also so, das habe ich jetzt, das habe ich da rausgelesen. Vielleicht habe ich das viel interpräziert. Ja, 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 ich gehe stark davon aus. Das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Das hat wieder Spaß gemacht, Robin. Was sind denn, was kommt denn als nächstes raus? Wir haben ja drüber geredet, in so anderthalb Monaten kommt Hellblade. Ich habe aber gerade gar nicht auf dem Schirm, was sich unmittelbar vor uns befindet. Also es sind tatsächlich diese ganz großen AAA-Releases, wo sich alle darauf einigen können, werden ein bisschen weniger. Aber ich finde, es kommen spannendere Spiele in nächster Zeit raus. Morgen kommt Children of the Sun raus. Das deutsche Spiel, was wir auch gespielt haben in dem Steam Next Fest, wo man den Sniper spielt, der so ein bisschen Killer7-mäßig um so ein Ding rumläuft. Genau, da habe ich auch schon ein Key angefragt. Stellar Blade kommt in einigen Wochen in diesem Monat raus. Nee, da bin ich jetzt nicht so interessiert. Ich bin da echt interessiert dran. Homeworld 3 kommt raus. Hellblade 2 kommt raus. World of Goo kommt raus. A.U.D. Chronicle kommt raus. A.U.D. Genau, das steht auch kurz davor. Also das sind jetzt Spiele, die jetzt nicht unbedingt alle, die ganze Welt begeistern wird und mitreißen wird. Aber das sind Spiele, wo ich sehr, sehr interessiert drauf blicke und mich sehr darauf freue. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass ich vielleicht ein paar Tage habe, um tatsächlich Dragon's Dogma, mal weiterzuspielen. Ja, ich würde sehr gern mit dir über das letzte Spielviertel reden. Ja. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Okay, dann soll es das doch gewesen sein mit diesem Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.